Hauke, kommst du zu uns ins Discord? Moment, das ist doch inkorrekt. Kommst du zu uns ins Discord? Mach ich, Kumpel. Okay. Ich folge Gino nicht. Gino, kommst du zu uns ins Discord? Ich mach mal hier aus. Ich folge Gino, okay. Ja, hallo Niklas. Hallo Niklas. Ich komm jetzt in dein Discord. Hallo Gino? Ja, ich komm in dein Discord. Ja, wollte ich grad machen. Gino? Gino? Hallo? 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 Hört ihr mich? Hallo? Ich hör dich Hauke. Ja. Ah, jetzt. Hörst du mich Gino? Ja, jetzt hör ich dich. Hörst du Hauke? Nein. Ja, aber die anderen hören euch noch nicht. Sekunde, ich muss es noch umstellen, dass die euch auch hören. Hallo, 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 hallo. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Die können euch nicht hören. Hallo, Hauke. Hauke. Hauke, hörst du uns? Oh Mann, ihr nervt so hart, ey. Wer jetzt? Hallo, Hauke. Hauke. Oh, ich hasse euch so sehr. Wie denn jetzt? Hörst du uns, Hauke? Haukes Chat, hallo. Hauke. Hauke. Sag nochmal was? Ich sag was. Hallo. Hup. Oh Mann, ich hab meinen ganzen Ton umgestellt. Das dauert jetzt eine Sekunde, bis ich das so eingestellt hab. Alter, Hauke. Ich muss euch auch leise, ja, ja, okay. Ich muss euch auch leise machen. Boah. Ey, ich hab das neulich alles geändert. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Ich hab das halt einmal alles sauber gezogen. Die Technik soll halt nicht sein, wie bei Worten es war. Ich hab dich sauber gezogen, Alter. Herr Niklas hatte nicht mal ein Comeback. Der redet wirklich nur Müll. Ein Comeback? Was für ein Comeback? Ich war niemals weg. Comeback. Die hören dich nicht, Niklas. Ich kann einfach alles behaupten, was du angeblich gesagt hast. Jetzt mach mal. So, Sekunde, Sekunde. Ihr seid richtig laut. Moment, ich muss hier mal... Alter, wie kann man nur so unfähig sein, ne? Fuck, ey. Es wird wahrscheinlich noch um einiges einfacher werden, wenn ich einfach mal 10 Sekunden nicht deine Scheiße im Ohr hätte. So, warte. Wie meint ihr das am besten? Hör mal, Hauke, ich mach ASMR jetzt. Hörst du? Krass. Oh, EA. Niklas schenkt sich irgendwas ein. Oh, EA. Audio Discord. So. Niklas, sag mal was. Ja, hallo. Chat, sag mal, ob das passt. Niklas, mach mal einen Satz. Mach mal einen Satz. Hallo, mein Name ist Gino und ich wohne jetzt in Berlin und das macht überhaupt keinen Sinn. So ist gut, alles klar. Danke, Niklas. So. Danke, Chat. Ey, machen wir, äh, kurze Frage vorab, machen wir einen Squad-Stream, damit die Leute das direkt sehen können, was wir machen? Ja, aber erstmal muss Hauke seinen scheiß Ton fixen, sonst geht hier gar nichts. Ich bin ja schon dabei! Hör mal auf zu heulen! Ey, es ist schön, dass ich mit euch beiden wieder zusammenspielen kann. Endlich, echt. Wir sind einfach die besten Freunde. Ja, Squad-Stream, wie geht denn das nochmal? Äh, hier, ich starte mal ein. Kannst du das einladen. Gino. Äh, Swelt. Aber ich hör halt auch wirklich nix. Hau. Der Hauge, ne? Ja, der Hauge heißt er. Der Hauge. So, hab euch eine Einladung gesendet. Ist mir jetzt noch ein bisschen ein Rätsel, warum ich grad, warum man euch nicht hört, ehrlich gesagt. Hm. Äh. Wofür nicht das denn? Ach da, Squad-Stream starten. Ne, ne? Doch, Einladung. Einladung. Einladung annehmen, genau. Ich hab zugestimmt, Niklas! Toll, ich kann auch nicht starten. Die brüllen, wie die gestörten. Ihr hört die dann über meine Kopfhörer. Das sind tolle Stunden mit euch. Stream meinte gerade, wir haben sie eben gehört. Ne, was? Ihr habt die richtig gehört, wie das denn? Das ist unmöglich! Okay. Okay. Was gehen könnte ist, dass... Was macht Niklas da? Lass mal Niklas gucken. Ne, guck lieber nicht rein. Okay. Dann geh ich hier auf. So. Ey, ich hatte echt Respekt vor Hauke, ne? Aber das ist heute irgendwie komplett... Ist auch immer weg. Ja, kriegt das halt überhaupt nicht hin, der Hauke, ne? Jetzt hört man euch, du Arsch! Oh, was? Geil, dass es funktioniert. Ja, kein Problem. Mal, ich locker flocke ich hier und die Musik geht immer noch. Äh, Hauke ist ein ganz toller Mensch und ich hab riesen Respekt vor ihm, was er gemacht hat in seinem Leben. Bisschen zu laut wird hier gesagt. Ja, grundsätzlich ist das ein Problem bei Niklas. Was? Bin ich auch zu laut, Niklas? Äh, Hauke? Ne, also ihr seid beide laut. Ich kann, ich stelle euch individuell im Discord ein. Ich bin zu laut? Ja, du bist doch generell sehr laut, Niklas. Hä? Muss ich auch sagen. Hier auch. Ne, da musst du auch nicht, hä? Das stimmt schon. Hä? Du bist schon sehr laut, das stimmt. Aber du kannst ihn doch einfach individuell leiser stellen. Ja, das mach ich. Ja, ja, genau. Hauke, nimmst du jetzt noch einen Squatstream an? Ja, mach ich. Wo mach ich das? Auf Twitch, ne? Ne? Auf TikTok. Im Dashboard. Auf TikTok. Alter, Niklas, du bist so ein Boomer, ey. Hä? Ich hab mich gerade geupdatet. Hier, kennt ihr... Äh, wo steht hier denn? Kennt ihr Charlie D'Amelio? Ne. Ne? Ich hab gesagt nicht, ne. Die hat 100 Millionen Follower auf TikTok. Was macht die so? Zeig mein Video. Äh, die macht lustige Tänze. Hab ich angenommen, deinen Squatstream. Okay, ich starte jetzt mal. So. Haben wir einen Squatstream. Keine Ahnung, wie das geht. Du hast doch schon gestartet. Ich hab jetzt gestartet, ja. Der ist schon an. Ja, aber wie guckt man denn jetzt? Ja, wenn man jetzt, äh, refresht, dann kann man unten auf Squatstream klicken. Äh, glaube ich. Squatmodus. Im Squatmodus anschauen kann man hier klicken. Zack. Im Squatmodus anschauen kann man hier klicken. So, ich hab mich jetzt beide mal ein bisschen leiser gemacht. Hä? Und ihr guckt alle jetzt mich, oder was? Gino, guck mal, guck mal dich. Ich will dich sehen. Mach mal. Komm, wir machen mal alle uns groß. Können wir alle drei sehen, aber. Wie alle groß. Und selbst groß, hörst du das? Können wir alle drei sehen, aber. Wie alle groß. Und selbst groß, hörst du das? Genau. Jetzt hab ich auch groß. Ich bin jetzt auch groß. Wir machen Musik aus erstmal, so. Hallo, Jungs. Hallo. Hallo. Hallo, Gino. Hallo. 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 Mach dich mal groß, Gino. Ja, ich hab mich jetzt groß gemacht. Nee. Ey, weißt du, das ist richtig geil über Gino, wenn du nicht den Browser aufhast. Ja. So, jetzt. Ah. So schön. Ihr kleinen Kackbratzen. Schönes Raft spielen, Jungs. Ja, ich hab's auch runtergeladen schon. Ich auch. Habt ihr das schon mal gespielt? Ja. Vor zwei Jahren schon mal. Ich hab noch gar nicht gespielt. Ich hab noch gar nicht gespielt. Gibt es ein neues Chapter? Deswegen spielen wir das. Aber wahrscheinlich müssen wir das erste erst mal machen. Man wird euch jetzt kurz nicht mehr hören. Ich geh mal rüber. Wie? Ja, ich muss euch jetzt erst wieder einstellen, weil ich hab euch in dem Scream noch nicht drin. Achso, okay. Äh, da. Ähm, ganz kurzer Umriss. Es geht ja darum, dass man irgendwie in einer postapokalyptischen Welt rumläuft und dann irgendwie sich eine Insel baut oder sowas, oder? Ich denke. Irgendwie so, ne? Äh, Jungs, wie war denn, habt ihr, was habt ihr Weihnachten gemacht? Gibt's das auch ein hübsches Spiel? Hey, ich will jetzt mal talken. Ja, äh, ich hatte Besuch. Aha. Von wem hattest du Besuch? Freunde hatte ich hier. Ah. Warst du's Freunde? Tu, wenn man keinen Minecraft-Speedrunnt, dann findet man ratzfatzne Freunde. Hä? Aber ich hab Leon gefunden durch Minecraft-Speedruns. Den hast du nicht gefunden durch Minecraft-Speedruns. Den hast du nicht gefunden durch Minecraft-Speedruns. Den hattest du schon vorher und den hast du nicht verloren durch Minecraft-Speedruns. Was, äh, an sich schon fragwürdig ist. Wieso ist das fragwürdig? Ich find das toll. Äh, bei mir war's auch sehr entspannt. Also nix Großes gemacht. Hast du Adam besucht? Ja, Modi hab ich besucht. Oh. Wollte ich ja eigentlich nicht. Aber hab ich dann noch gemacht. Ja, ich hab auch, ich hab auch gemacht. Ich hab, also im kleinen Kreis, Family. Ja. Vorher noch, vorher noch mal kurz mit, also echt noch mal mit denen geredet. So, hier Leute, was ist jetzt? Was machen wir? Haben wir zusammen entschieden, nee. Wir treffen uns im kleinen Kreis. Ja. Weil wir hatten uns das ganze Jahr nicht gesehen. Also ich war keinmal bei meinen Eltern. Keinmal? Nee. Krass. Und meine Eltern haben jetzt ein neues Hunde-Baby. Und das hab ich auch noch gar nicht gesehen. Gold Retrieber? Mhm. Echt? Marley. 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 So wie der Fernsehund. Ja. Schön. Schön. Ja, war auch schön. Aber auch ein bisschen anstrengend, ey. Kann ich mit so vielen Leuten die ganze Zeit. Naja, aber es war jetzt ja, wie lange? Zwei Tage. Der einzige, glaube ich, der nach der Pandemie sowas sagt. Alle freuen sich richtig Menschen zu sehen. So, ah. Ich muss da raus. Einmal Familie. Ich kann nicht. Mit so vielen Leuten. Ey, aber ich hab mich auch echt daran gewöhnt jetzt. Also es ist... Ich... Ja. Ich... Bin ganz happy so ohne Leute. Außer ab und zu. Ab und zu muss ich mal jemanden treffen. Aber es geht dann immer, wenn ich Jenny schon treffe. Kann ich mit Jenny spazieren. Ja, ich muss aber auch sagen, es ist jetzt... Ich find's auch vollkommen okay. Mit wenig Leuten und so. Ähm, nur halt permanent ist halt nervig so. Also ich könnt nicht... Ich könnt das nicht immer machen. Ich brauch schon ab und zu schon Leute um mich rum. Aber ich find so diesen generellen Status, dass man eher alleine ist, find ich vollkommen, vollkommen akzeptabel. Kunde, wir haben gerade gesagt, Niklas ist jetzt zu leise, nachdem ich ihn leiser gestellt hab. Das kriegen wir in den Griff. Jetzt ist besser. So. Ich mach mal ne... Wollen wir auf normal oder hart spielen? Jetzt bist du wieder so laut, Alter. Was ist Niklas? Was ist der Unterschied? Hart sind Gegner härter einfach, oder was? Nee. Da ist das Holz härter von den Bäumen. Ach so. Gibt doch überhaupt keine Bäume. Also normal ist einfach normal und hart ist einfach ein bisschen schwieriger. Wie immer. Ja, dann mach doch... Du kennst dich am ehesten aus. Nee, hart... Wie viel hast du denn Raft gespielt? Du kannst nicht ohne die Hilfe eines Freundes wiederbelebt werden, ist hart. Aber wir sind ja... Wir haben ja Freunde. Wir haben ja Freunde. Wir sind auch super Freunde. Aber es könnte dann auch sein, dass wir sterben einfach, ne? Ach so. Wollen wir eigentlich ein bisschen chillen. Lass mal normal. Mach mal normal normal. Get good or die trying, würde ich sagen. Hey, Haube, du bist der Erste, der keinen Bock mehr hat, wenn wir alle gestorben sind. Ich finde hart schon okay. Lass hart machen. Was? Dann geht's um was. Dann geht's um was, komm. Weil wenn du immer selbst retten kannst, dann ist es auch witzlos. Ach so, wartet mal kurz. Mir wird gerade gesagt, ihr habt's beide auf Deutsch, das Spiel. Ja. Okay, dann stell ich mal auf Deutsch um, damit die Gegenstände und so gleich heißen. Mach lieber normal, sagt Chad. Bei mir. Ja, lass entspannt machen. Ja? Na gut. Ja, hier wird auch gesagt, man muss mehr essen und trinken, wenn man auf Hart steht. Ach so, nee. Nee, dann nicht. Dann normal. Lass mal entspannt machen. Allerdings schreibt Andy Kanone HART! Nee, lass mal ein bisschen segeln und ein bisschen unterhalten. Müssen nicht so... So krass. Muss nicht so krass. Ich hab euch Feuer löschen sehen, spiel ich lieber normal. Ey, wir waren voll gut, ja. Wir sind beste Feuerwehrmänner. Das müsst ihr auch noch mal einmal zu dritt spielen. Ja, ist das wirklich geil, das Feuerwehrmannspiel? Das macht richtig Bock. Irgendwie macht das schon echt sehr viel Spaß, ja. Ja, aus irgendeinem Grund macht das echt Spaß. Ja. Ich hab mir das mal angeguckt. Ich fand das eigentlich... Das sah nicht so geil aus von... Nee, du musst drin sein, Niklas. Man muss drin sein. Das geht... Ja, ja. Das müsst ihr irgendwann mal machen. Hm. Wisst ihr, wer die Musik von RAV gemacht hat? Ennio Morricone? Du? Jannik, der bei uns YouTube schneidet. Nee. Wirklich? Was? Der hat die RAV Musik gemacht. Wie? Ja. Echt? Das ist ja krass. Wie kommt er dazu? Keine Ahnung. Hat er gemacht. Hat er aber so gemacht. Ja, der hat sich wieder gemeldet. Das war ja auch ganz lange so... Ähm... Beta, Early Access und so. Ist es noch Early Access? Ja, ist immer noch Early Access, ja. Ja. Und hat Jannik die irgendwie angeschrieben und hat gefragt, ob er Musik machen kann. Das ist ja witzig. Sind das deutsche Entwickler? Fuck. Mir fällt grad auf, dass mein Stream überhaupt nicht die Musik hört im Spiel. Äh, das weiß ich gar nicht. Jannik ist ja gerade hier im Chat bei uns. Amateurbohne. Schweden, schreibt er. Schwedische. Hat er sich gemeldet. Stehen angeschrieben. Hat die Musik gemacht. Mega. Einfach so. Geil. Find ich gut. Ach, ihr hört sich? Okay, sehr gut. So, Niklas, machst du eine Welt auf? Oder wie? Bist du denn jetzt auf Deutsch, Hauke? Äh, ja. Ich muss aber noch eben den Titel und so umstellen. Wie heißt es? Das ist das Spiel Raft. Ah, ja. Ich auch gar nicht. Wir spielen Raft. Raft mit den Reus. Den Reus? Mit den Beuys, ne? Meint er. Niklas, verstehst du? Aber Raft wegen R hat das R einfach mit dem B getauscht. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Hast du dich entschuld... So, wir finden einen Weltenladen, neue Welt. Was müssen wir machen? Niklas macht eine Welt auf, oder was? Genau, ich mach's eine Welt. Äh, sind wir befreundet auf Steam? Erstmal checken. Äh... So, wir sind nochmal Freunde hier. Friends. Team Hauke und ich sind befreundet. Tino Hauke, ja. Doch, ja. Ja, wir sind befreundet. Okay, dann mach ich jetzt einfach ein Lobby auf und Freunde können joinen. Lass ich an. Freunde können beitreten. So, Welt erschaffen. Sehr gut. Jetzt müsstet ihr gleich in der Friend List nachjoinen können. Okay. Wenn's gleich geladen ist. Lädt noch. Jetzt ist's da. Ah, ja. Zack, Welt beitreten. Geht? Ja. Zack. Joint Game. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier wird, so mit uns. Ich auch, ey. Vor lange nix gespielt. Ja. Leg mal. Früher haben wir ja noch was zusammengespielt. Oha. Wer ist der mit der... Wer springt da vor mir? Wer ist das denn? Iona. Ich bin hier. Hast du dich Nikis Schwester genannt? Nikis Schwester. Oha, hier ist ein Hai. Fuck. Komm mal ran. Helf mir. Hä? Ich hab keinen Haken. Mein Haken ist weg. Ey, wie der ist weg? Ne, der ist weg. Ich hab nichts. Ich hab keinen Haken. Hä? Drück mal rechtsklick. Mach mal. Auf der 1 müsste... Nix. Kein Haken. Nix. Ne, hab ich nicht. Der ist... Als ich reingekommen bin, ist der ins Wasser geflogen. Jetzt ist er weg. Der ist bestimmt noch im Wasser. Rejoin. Rejoin. Oder hast du weggeworfen? Wie... Was... Was macht man denn jetzt hier? Keine Ahnung. Ohne Haken kann man gar nichts machen. Kannst du nochmal neu joinen? Ich will mir den nur mal angucken. Wessen ist das denn hier? Das ist dein Haken. Achso. Also... Ich kann einen neuen herstellen. Könnt ihr mir einen herstellen? Ich brauche nur Zwang und Kunststoff. Ja, lass mal Zwang und Kunststoff. Hier, Zeug sammeln. Wir gehen das nochmal. Boah. Ja, gedrückt halten. Shit. Okay. Hä? Ups. Ach, hier ist ein Investar. Plastikhaken. Angelrute. Das braucht man ja. Ach ne, herstellen. Okay. Wo ist das Inventar? Mach uns das vor. Das muss ich selber machen. Auf Tab ist Inventar. Muss man da jetzt hinschwimmen einfach? Wieso? Den musst du einsammeln mit der... Hauke, ich habe einen Haken für dich. Hauke. Hast du schon gebaut? Ja. Hier, ich bin hier. Wie droppe ich den denn? Ich habe eine Planke. Ich sammle jetzt einfach so. Das weiß ich auch nicht. Wie droppe ich denn jetzt den Haken für Hauke? Ich habe mir schon einen gebaut. Passt schon, ich habe einen gebaut. Ja toll, jetzt habe ich zwei Haken. Mit Kuh. So gut. Hier. Da mit Kuh, Christian. Alter, das ist schon so ein Riesen-Fass. Keine Ahnung! Warum ist das so ein Fass? Hey, was? Was? Kann man unendlich schwimmen? Kannst du das nicht einsammeln? Jetzt habe ich auch noch... Keine Ahnung, das liegt jetzt halt hier. Hä? Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es bekommen. Weil mir ist es ein bisschen verbacken und alles. Gino! Was machst du da im Wasser? Was ist denn das? Ich wurde gerade angegriffen. Pass auf. Ich glaube, ich legge bei euch, weil ich auf Japan mit euch spiele. Scheiß, der scheiß Hai, Hilfe. Der kommt immer wieder, der Hai. Wir müssen aufpassen. So, ich habe jetzt richtig viel Zeug. Ja, wir müssen viel mehr Zeug haben. Dass wir alles einsammeln. Und dann können wir unser Boot ausbauen. Unser Floß. Ja, das ist der Ping-Unterschied. Darum legge ich halt so krass, weil ich ja das Japan mit euch spiele. Ach so. Was hast du denn für einen Ping? Einfacher Grill. Schrott. Seil. Vermutlich nichts für einen guten. Japan ist schon weit weg, ne? Von Deutschland. Grundsätzlich relativ weit weg. Wie weit ist das? Alter, wo kriege ich denn ein Seil her? Du musst hier craften. Aus Palmmetern. Freunde! Wo? Genau vor. Ey, wieso kann ich... Wieso kann ich mit meinem Haken denn nichts einsammeln? Kannst du? Stehe ich nicht. Muss ich nach oben ziehen? Okay, wo kann ich denn ein Seil herstellen? Das ist immer direkt vor mir. Hey, warte, ich guck mir das mal an, Gino. Also wenn ich die linke Taste gedrückt halte, dann fällt es und droppt es immer direkt vor mir so. Zack. Hä? Guck mal, wenn du gedrückt hältst, wirst du so weit. Ne. Okay. Lädt sich kein Kreis auf bei dir. Doch. Aber dann lasse ich es los und dann landest du immer direkt vor mir. Und drückst die linke Maustaste. Ich lasse die linke Maustaste gedrückt, dann lädt sich dieser Kreis auf, dann ziehe ich auf eine Planke oder so. Gino, weißt du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt? Ne. Es liegt daran, dass du einfach ein Lauch geworden bist. Ja, das glaube ich auch. Ich kann nicht mehr werfen. Hä? Guck mal, das ist wie in real life. Du wirst. Ich kann nicht mehr werfen. Ich kann nicht mehr werfen. Ich kann nicht mehr werfen. Mach dir leicht Matrosen auch irgendwas, oder? Guck, guck mal, ich kann echt nicht mehr werfen. Jetzt ist es im Wasser, okay. Ist das so schlecht. Das geht nicht mehr. Warum habe ich keine Musik eigentlich? Was ist mit der Musik passiert? Die kommt nicht immer. Die müssen uns freispielen. Das ist TNC. Musst du kaufen im Ingame-Shop. Gino, vielleicht mal ein Neujoin, oder so? Weiß nicht. Ich brauche Ginos Problem. Ich kann nicht werfen. Ich kann nicht werfen. Akute Abstinenz von Skill. Was gibt es hier unten? Kann ich das sammeln? Hey Leute, können wir schnell einen Anker bauen? Weil da vorne ist ein Insel-Wurf-Anker. Wir wollen da halten. Oh, der Hai! Der Hai! Wo ist der Hai? Ah! Hat jemand... Der greift euch an! Ah, ich werfe auf ihn. Ah, jetzt kann ich ihn. Ach die Scheiße. Jetzt kann ich den werfen. Ich mach den so alle. Jetzt kann ich den wieder werfen. Danke, Hai. Wir brauchen einen... Aua! Anker. Wie ist der Anker? Wo ist er denn? Seile und Steine. Wir hängen doch eher an der Insel fest, oder nicht? Nee, nee, nee. Ich glaube, wir drehen uns weiter, oder? Die Brümmung ist zu stark. Was brauchst du denn, Niklas, an Zeug? Steine brauche ich. Ich hab... Nee. Ich hab einen. Vier. Da kommen fester. Vier Steine. Vier? Wie droppe ich die denn? Mit Kuh. Sind im Wasser Steine? Nee, hier sind auch keine Steine. Wahrscheinlich auf der Insel, ne? Da liegt ein Stein. So, Seile hab ich. Ich hab das Gefühl, dass da in dem Fass... vielleicht Steine für uns sind. Der beste Werfer. Da. Stein. Oh, wir verliehen ja auch schon Nahrung und Trinken. Ich hab einen. Hier. Noch einen Stein. Reicht leider noch nicht. Wir brauchen noch mehr. Die Fässer, die haben Steine. Ja, ich hab einen da hingeworfen. Mit dem Fass holen wir noch einen. Jetzt haben wir genug. Okay. Ja, ich hab noch einen. Ich schnell her, den kann ich noch angern vielleicht. Ja, hier. Hab abhin geworfen. Einer fehlt. Gino. Einen Stein. Einen Stein, Gino. Da hinten ist ein Fass. Du hast doch gerade an einen gelangsamen mit Gino, oder nicht? Da-da-da-da. Ich hab einen Fass, aber da war ein Seil drin. Kein Stein. Da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Der Hai kommt wieder. Ich hab einen Stein. Gino, äh, Hauke, der Hai! Ah! Ich helfe dir, Hauke! Guck dir diesen Loser! Ah! Fuck! Okay, dann kann er ihn doch treffen. Okay, ich hab einen Stein. Wir sind aber schon zu weit von der Insel weg, leider. Du kannst ja trotzdem ein Segel setzen und zurückfahren, oder? Dann brauchen wir ein Segel, ja. Zunächst mal brauchen wir was zu essen und zu trinken langsam. Wo finden wir das denn? Angelroute kann man brauchen. Das wäre so gut. Es ist halt super schade, dass wir überhaupt nichts zu essen haben, ne? Trinken haben wir doch bestimmt, oder? Wir haben doch hier diese Wasserflaschen hier rumfliegen. Das ist nur Plastik irgendwie. Ich glaube, wir müssen angeln. Planke, Seil. Wir müssen das Floßbreiter machen. Wir haben uns leider gedreht. Dadurch ist jetzt alles irgendwie hinüber, was ich gebaut hatte. Ey, Leute, wenn wir noch ein Seil finden, können wir uns ein Paddel bauen. Du kannst ein Seil einfach bauen. Paddel? Ja, ein Seil. Seil kann man einfach bauen. Wie denn? Mit Palmblätter. Hier. Viel Spaß damit. Danke. Kein Problem, Gino. Ruf mich aber an, wenn du was brauchst. Ich baue jetzt ein Paddel. Zack. Paddel. Können wir jetzt paddeln? Was machst du? Wer paddelt denn da? Ich. Ja, wir können zur Insel paddeln. Oh ja, wir können wirklich zurück. Wie hast du ein Paddel gebaut? Ach so, mit den... Zwei Seile. Und dann noch Zeug. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Rampfer. Paddel? Das dauert ewig. Egal. Alter, da ist der Hai wieder. Jetzt kriegt das. Baut mal einen Paddel, Jungs. Oder beziehungsweise einen Anstrengung. Dino. Dino, wir bewegen uns gar nicht. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Das tun wir eben. Doch, Siegmann. Im Verhältnis zu dem Zeug bewegen wir uns. Ja, und die Insel wird auch größer. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich einen Paddel bauere. Da, Paddel. Oh, die... Okay, mir fehlen zwei Planken und Kunststoff en masse. Die gehen ja... Ähm, ich habe vier Kunststoff, Hauke. Ja, wenn ich die hätte und das Holz... Ah, warte, ich spring mal kurz rein. Ich hole mir das alles. Die haben aber eine Lebensdauer, ne? Shit. Ich habe nur noch die Hälfte. Irgendeine mehrere Paddel, überhaupt mehr Speed, ist die Frage. Klaro. Ist doch ein Top-Spiel. Bewegen wir uns wirklich? Ja. Ja, ja. Wir bewegen uns aber super langsam. Gegen die Stürmer. Doppel Schwein! Okay, ich sollte jetzt mal aufhören, ins Wasser zu springen. Der Hai hat mich bald getötet. Meine Paddel ist nur noch ein Drittel Lebensenergie. Okay, ich brauche einen Kunststoff. Kann ja einen droppen. Nee, da vorne sind welche. Ich brauche noch ein Seil. Ich habe zwei Seile. Da kann ich direkt ein Paddel bauen, Dino. Ein Seil. Okay, und weiter Paddel. Oh, ich habe zwei gedroppt. Du hast aufgehört zu paddeln, ne? Nee, jetzt paddel ich wieder. Aber meine Paddel ist nur noch ein Viertel. Das macht es so schwer, irgendwas zu catchen, wenn du am Malprojekt hast. Oh, jetzt guck mal, wie schnell sind es denn. Alter, ich kann überhaupt nichts mehr fangen in dem Tempo. Okay. Ja, ja. Aber wir brauchen einen Anker, sonst bringt uns das hier gar nichts. Gino, ich habe doch einen Anker, Mann. Hör doch mal zu. Sehr gut. Meine Paddel ist gleich kaputt, Niklas. Wie lange hast du noch? Gino so anzuschreien. Sorry, bin nur ein bisschen aufgeregt. Der Hai macht unser Floß kaputt. Was? Ihr habt es nicht mal gemerkt, der hat unser halbes Floß gegessen. Die Sonne geht doch langsam runter. Was ein Assi, Hai, ey. Oh, ich brauche Kunststoff und Seil für Paddel. Scheiße. Ich muss langsam was trinken. Oh, Planke, Schrott und Palmblatt für Segel. Okay, Palmblatt. Ja, genau. Schrott haben wir halt noch gar keinen. Und Holzspeer. Oh, fuck, ey, es wird dunkel. Ey, Leute, das ist so dumm, was wir gerade machen. Nein, wir müssen zur Insel, weil da gibt es Essen. Ja, aber dann kommen bestimmt noch zehn andere Inseln, wenn wir einfach normal weitergetrieben wären. Nein. Ich wollte mal was Cooles sehen. Guck mal hier, Freunde. Boah. Boah. Ist das ein Grill? Ich habe einen Reiniger gebaut. Was? Das ist ein Wasserreiniger. Reiniger? Und wie kann man da jetzt Wasser einfügen? Mit einem Becher. Wahrscheinlich oder so. Da, leere Tasse. Ich brauche noch zwei Kunststoff für eine leere Tasse. Leute, mein Paddel ist gleich kaputt und wir sind noch immer nicht bei der Insel. Ja, okay. Ja. Ja, vielleicht sollte ich aber lieber einen Paddel bauen, weil sonst haben wir gleich einen extremen Rückschritt. Mir fehlen drei Planken für einen Paddel. Hat jemand Planken? Ja. Zwei Planken. Ich habe genau drei. Ich habe fast das Gefühl, es wird immer dunkler. Ja. Ich glaube, es ist Nacht. Wir können auch das hier ankern theoretisch und einfach rüberschwimmen. Stimmt. Aber das ist ein Hai. Ja. Bauhammer brauchen wir auch, ne? Habt ihr schon wahrscheinlich. Mein Paddel ist gleich RIP. Was ist wirklich jetzt? Ich habe einen Bauhammer bei, ja. Ja, ich würde den Paddel bauen und mir empfehlen die Planken. Sehe ich nochmal. Hier, hier, hier. Eins, zwei, drei. Da. Habste. Wollen wir, ah, da ist der Hai. Wollen wir rüberschwimmen? Gleich müssen wir schwimmen. Fuck, der greift mich an. Ich bin RIP. Hab ist geil. Mein Paddel ist RIP. Ich paddel. Ich paddel. Oh Mann, ist das alles ineffizient. Du musst halt um die Insel schwimmen, ne? Du hast echt zu viel gespeedrunnt, Niklas. Oh nein, das ist alles so ineffizient. Einbruch der Nacht ist mit Dunkelheit zu rechnen, wird ja gerade gesagt. Ihr könnt halt trotzdem noch Gegenstände fangen, so ist nicht, ne? Welcher braucht ihr auf jeden Fall? Weil wir auch genau in die Richtung zurückpaddeln, wo wir schon alles weggesammelt haben. Da können wir richtig viel fangen. Da rechts. Ich sehe doch von hier alles. Oder macht das Floß mal grüße oder so? Guck mal, wie weit meiner Hand reicht. Ich habe halt alles, woran wir stehen, habe ich gebaut. Aha. Also eine leere Tasse, Kunststoff, viel Kunststoff. Hast du also auch diesen Anker hier gebaut, den ich in der Hand habe, ja? Worauf du stehst, habe ich gesagt. Wie baut man denn den Steg hier? Mit einem Bauhammer. Ach so. Danke. Niklas, da ist ein Hai. Sind wir jetzt geankert? Nee. Hä? Hast du den Anker geworfen? Glaub ja. Seht das? Ja, das seht. Ach, kommen wir jetzt nicht mehr weiter, oder was? Ich sterbe gerade übrigens. An was? An, äh... Ja, ich auch. An Wasser. Oh ja, dann brauchen wir jetzt eine Tasse. Ich habe jetzt geankert, geankert jetzt. Ich brauche vier, äh, vier Kunststoffe. Geankert, Jungs. Ich schwimme jetzt da rüber. Okay, sicher? Ja, ich habe ins Wasser geworfen. Okay, ich kann nicht mehr rennen, das heißt der Hai. Okay. Oh, der Hai. Oh, der Hai. Ich sterbe jetzt auch an Wasser. Oh, es regnet sehr gut, wir verlusten nicht. Ist gestorben an Wasser. Wir brauchen auch einen Speer, damit wir Tiere bekämpfen können. Ich bin auf der Insel, aber... Ich habe einen Speer. Ich bin komplett ripped. Oh, der Hai, ey. Das Schwein! Ey, Leute, ich glaube, wir kommen gar nicht rauf. Heiße. Also, Iggy Schmiggi. Ach, auf der Seite. Ey, wie seid ihr denn da rübergekommen? Ich durfte da nicht rüber. Da ist Bambus. Was bringt uns Bambus? Was ist das? Eine Blume! Wir sind gerettet! Was ist mit den Bambus? Das ist eine blöde beschissene Blume. Ach, hier. Warum sind denn hier nur Blumen? Ich will doch etwas trinken. Ich brauche eine Axt. Da sind Nüsse am Baum, aber ich kann nicht... Ich brauche eine Axt. Ja, Axt, wie braucht man die? Steinaxt. Okay, ich habe nichts davon. Ich auch nicht. Nichts. Planke, Stein und Seil. Fuck. Warte mal, was habe ich denn hier? Was ist das da? Nüsse? Kann ich die essen? Ne, was ist das? Was habe ich in der Hand? Samen habe ich in der Hand. Ich könnte Samen anbauen. Risen Rib. Okay. Ich habe Ton. Nix da. Ich habe Ton. Ich habe Ton. Ja, dann sind wir ja gerettet, wenn wir Ton haben. Ich bin gestorben. Auch gleich. Ich habe das Gefühl des Wittens, wir brauchen einen zweiten Anlauf. Komm, das ist doch mal neu. Wir machen eine neue Welt. Warte, Kokosnuss. Ah, ich bin auch gestorben. Neue Welt. Hä, Niklas hat einfach die Welt geschlossen. Neue Welt. Beste Welt ever. Gut, dass wir auf hart gespielt haben. Das war auch normal. Ich weiß. So. Was machen wir? Wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Moment. Ich war nicht tot. Reiniger, Grill. Hey Leute, ich will nur neu starten, weil wir alles verkackt haben, was wir verkacken konnten. Reiniger, Grill, Tasse, Angelsperre. Ist offen. Ist offen. Okay, Reiniger, Grill, Tasse, Angelsperre. Merke ich mir. Ja, Reiniger hatten wir schon. Okay. Lass am Anfang einfach... Vielleicht habe ich auch Glück und spawn diesmal mitten im Haken. Ja, bin ich. Nice. Ich gehe ins Wasser und sammle jetzt die ganze Scheiße auf hier. Pass auf, nein! Ah! Ei! Ich habe ja gesehen, Gino ist ins Wasser gesprungen. Das heißt, ich brauche mir keine Sorgen, mein Herr Hai kann es ja nicht weiter angreifen. Gino ist aus dem Wasser raus! Okay, als erstes, meiner Meinung nach, brauchen wir einen Bauhammer und müssen unser Floß größer bauen. Wenn wir breiter sind, können wir viel mehr Zeug kriegen. Okay, sehr gut. Was brauchen wir dafür? Ein Bauhammer, äh, Holz. Holz. Holz und Seil. Oh, der Hai! Der greift mir gleich wieder an. Bin ich ripped? Schönen Plastik. Aua! Ich bin gleich... Der scheiß Hai hat mich... Kann mal einer von euch ins Wasser springen, der mit der Hai ihn angreift und nicht mich? Ich bin gleich ripped. Aua! Ich werde jetzt als erstes einen Speer bauen, um den Hai zu bekämpfen. Okay, ich könnte schon vielleicht... Oh Gott! Oh Gott! Oh, ich habe eine Kartoffel! Oh, ich kann schon wieder keinen Haken werfen. Nein! Schon wieder... Warum? Back. Alles für Back. Oh, nee! Ich eben muss ihn retten. Bist du tot? Ja, der Hai hat mich gekillt. Ich trag dich. Sehr gut. Finde ein Bett. Das ist sehr hoch auf meiner Priorität. Wir haben kein Bett. Wie ein Bett. Danke, Niklas. Äh! Äh, hast du weh? Was? Ja, es ging nicht. Haha, wie das aussieht. Falls ihr Hilfe braucht, frag nie mich. Danke, Niklas. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Hier steht warten auf Rettung noch. Wir haben kein Bett. Aufgeben und wiederbeleben kann ich... Beleb mal wieder, oder? Bist du ja wieder? Achso, jetzt hab... Ja, ich habe keine... Hallo! Ich habe keine Sachen... Ich habe auch keinen, äh, Haken mehr. Auch mit den Neunen. Das ist so tof, Alter. Ich habe nichts mehr. Scheiße. Ich baue... Ich will erst einen Sperr bauen. Ja, Alter, komm, Fässer! Ich will erst einen Sperr bauen, bevor ich den Haken baue, jetzt schon wieder. Ja, Gino, schwillst du den Fässern? Ja. Beide versuchen, ihm das ist fast von der Nase weg. Ich habe eine Kartoffel. Oh nein, ich bin wieder... Ich habe schon näher zu dir gebaut. Spruch auf raus! Ja! Was ist das denn da? Ich habe Planke, ich habe... Alter, wie teuer ist denn ein Holzsperr? Kartoffeln. Ja, habe ich eben schon einen gebaut. Das bringt aber auch am Anfang nichts, weil wir einfach noch zu schlecht sind. Hä, dann können wir den Heiz zumindest ein bisschen piksen. Alter, ihr... Was? Bauhammer. Brauchen wir auf jeden Fall. Seil. Okay. Da kommt die erste Insel. Haben wir schon was für einen Anker? Was brauchen wir da für Seine? Steine, Steine, Steine. Steine haben wir nicht. Haben wir Steine? Hilfe! Krimit ist fast da. Hat jemand Steine, Jungs? Nein. Die habe ich nicht, sorry. Wir haben auch keine Steine gefunden. Boah, ich hole mir jetzt das scheiß Fass, oder? Go, go, go. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das wirklich nicht. Ihr könnt das Zeug, wenn das an euch vorbeitreibt, einfach aufsammeln. Ja. Dann braucht ihr nicht den Haken. Wenn es weit weg ist, dann nicht. Die sind 90 Jahre. Nee, dann nicht. Du, wenn es direkt dran ist. Wenn es sich richtig doll lohnt, kann man sich mal einen Hai-Biss abholen und dann das Zeug einfach sammeln. So wie das. Steine, aber ich habe auch keinen einzigen Stein gesehen, ehrlich gesagt. Wir brauchen vier Steine für den ersten Anker. Was? Mich hat ein Hai gerade auf dem Floß angegriffen. Was? Ja, der... Da ist ein Fass links, Hauke. Zwei sogar. Wo sind denn die Seine? Bist du das? Ja, da komme ich ran, komme ich ran. So, Anker. Ich habe einen Stein. Ich habe einen Stein. Wir brauchen noch drei. Ich habe auch einen. Dann brauchen wir noch zwei. Hier, droppe ich. Droppe die schon mal. Ich habe alles andere. Zwei Steine. Dann kriege ich, also das Fass kriege ich. Okay. Ich droppe dir einen Stein, Niklas. Ja. Zack, ich habe keinen Stein bekommen, leider. Da kommen noch Fässer, da kommen noch Fässer. Da ist noch, ja, da kommen massig Fässer hier. Zwei Steine brauchen wir noch. Drei Fässer kommen vorne, ne? Vor dir ist breiter, Niklas. Ich habe mal verbreitert. Ey, man muss aber auch sagen, eben hat dir uns die Insel nicht so viel gebracht, ne? Nee, eben nicht, ne? Ja, weil wir ja nicht das Werkzeug hatten. Ja. Ob man Anker ist, läuft ja nicht weg. Ich bin vom Brot gefallen. Kartoffel. Der Hai. Der Hai. Schrott. Ich habe drei Schrott schon. Dabei kann man richtig viel machen, oder? Keine Ahnung. Wir brauchen einen Speer. Der Hai hat gerade ein Stück von unserem Floß gefressen. Okay, dann brauche ich jetzt einen Speer. Ich brauche jetzt einen Speer. So. Ich habe jetzt einen Speer. Ey, Niklas, hinter dir. Fässer. Oh. Sammle mal einen. Ich habe jetzt einen Speer. Sehr gut. Speer, da kannst du einen Hai ja vertreiben. Ja, wenn er, genau, wenn er bei ist. Wenn er kommt, ja. Ja. Ich habe noch zwei Steine übrigens. Und Schrott. Womit kann ich, was kann ich denn hier machen? Forschungstisch kann ich bauen. Geh mal die Steine. Umgegen kann ich einen Anker werfen. Wollen wir ankern? Ich versuch. Wollen wir ankern? Nee. Ist er wiederverwendbar, der Anker? Ja, ja. Aber wollen wir es dann? Wenn wir können, ja. Weil ich bin gerade auf der Insel und sammle. Dann brauche ich Steine. Jetzt, Gino. Jetzt. Ja, okay. Weil um die Insel rum kann man auch tauchen und ganz viel Steine und Erze finden und so. Ah, shit. Ich habe jetzt meine Seile aufgebraucht. Für den Speer. Ja, ich habe einen Seil. Mach schnell neue. Mach schnell neue. Mach schnell neue. Mach schnell neue. Mach drei Stück. Drei Stück. Gino hast du drei? Ich habe ein Seil. Wo seid ihr denn? Ach da. Okay, das wird nichts. Ich komme. Ich komme. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Der Herr kommt. Kommt das die nächste. Ich muss ihm ausweiten. Wir nehmen aber die nächste Insel. Ein Biss und ich bin tot. Nein. Der Anker ist nur einmalig verwendbar. Oh nein. Ja, dann benutzt man lieber noch nicht. Okay. Wasser, ne? Wir brauchen Wasser. Ja, wir müssen irgendwie an Nahrung und an Wasser kommen. Also ich habe eine Kartoffel, die war im warmen Fass. Erstmal brauche ich jetzt eine Angel, dann können wir an Nahrung kommen. Oh ja, eine Angel ist eine gute Idee. Ich habe noch zwei Kartoffeln. Brauche ich aber sehr viel Seil für. Ruf, Anker, Paddel, Segel. Könnt ihr demnächst auch ein Segel bauen, theoretisch. Okay, mir fehlt noch ein Seil. Oh Gott, wie viel Zeug ist das denn? Segel schon? Tasse und Reiniger. Okay. Wo ist denn hier Tasse? Ach ne, hier. Leere Tasse. So, eine Tasse habe ich. Und Reiniger jetzt auch. Den musst du aufstellen, den Reiniger. Okay. Das Fass da habt ihr gesehen, ne? Das da? Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich passe hier links auf. So. Okay, okay. Sekunde, Sekunde. Okay, Reiniger habe ich aufgestellt, Freunde. Angelrote. Jetzt kann man mit der Tasse... Kann man da mehrere Tassen aufstellen? Im Moment kann ich fast gar nichts... Im Moment kann ich nichts draufstellen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ja, richtig. Muss man da Wasser reinkippen oder was? Ach so, wahrscheinlich mit dem Becher hier... Alter, oh Gott, da kommen ja richtig viele. Salzwasser füllen. Sieh nur, sagen wir mal die Fässer vor dir auf. Da kommen ganz viele gerade bei dir. Ah, ich habe... Ja, okay. Da kommt noch eine Insel übrigens. Ihr müsst eure Tasse mit Salzwasser füllen und dann hier auf den Reiniger legen. Da reinschütten, ne? Genau, ja. Ich habe keine Tasse, also... Tasse, Tasse. Wollen wir jetzt ankern? Oder wollen wir noch weiterfahren? Ist da eine Insel? Oh, ich bin verdurste fast gleich, ne? Ihr auch, oder? Das ist so langsam. Jungs, wollen wir ankern? Wollen wir ankern oder nein? Hm. Aber wie konnte man doch so Netze bauen, mit denen dann die Sachen automatisch gefangen werden? Was? Ah, jetzt habe ich was getrunken. Sehr schön. Sehr schön. Okay, baut euch auf jeden Fall Tassen, Leute. Okay, Tassen, Tassen, Tassen. Nahrung, leere Tasse. Kostet ja nur Kunststoff. Okay. Ja. Habe ich nicht. Kein Kunststoff? Nicht so viel. Ich habe halt gerade anderes Zeug gebaut. Ich glaube, ich habe keinen für eine Tasse. Ich habe Kunststoff hier, Hauke. Wo bist du da? Okay. Wie kann man denn eine Sache rauswerfen, statt alle, den ganzen Stack eigentlich? Da kommt super viel Zeug gerade, ne? Okay, ich habe Kunststoff. Ich habe es gerade alles gefunden. Okay. Wisst ihr das? Wie kann man denn, statt den ganzen Stack zu werfen, nur eine? Nur ein Item. Ja, was habe ich jetzt in der Hand? Geht das überhaupt? Hä? So, und jetzt hier kochen, oder was? Ja, einfach mit, äh... Hä? Habe ich jetzt... Hä? Also eure... Ich glaube, ich habe es weggeschüttet. Wir schnallen jetzt gegen die Insel übrigens. Ah ja, ist doch gut, wenn wir da hängen bleiben. Geht so, dann drehen wir uns halt immer. Das ist immer ein bisschen kacke, weil ich habe gerade unser Floß breit gebaut. Oh, hier ist... Was ist hier? Hängen wir hier jetzt fest? Wenn wir einen Anker haben, würde ich ihn jetzt werfen einfach mal. Äh, äh, okay. Weil hier hängen wir doch eigentlich gerade mal ganz gut. Können wir ein bisschen weiterbauen und so. Äh, ja, 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 ja. Ähm... Anker... Wann kriegen wir das da? Mit Süßwasser füllen, eh. Und trinken, ne? Oh, jetzt habe ich gesagt. Es gibt aber wenig, Alter. So, immer platzieren und dann am Ende trinken. Ja, genau. Ich habe aus Versehen einen einfachen Grill gebaut. Kein Anker. Äh, das ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Kann ich es nicht machen. Wir können auch kochen, dann ist das super. Ich angel. Hier kommen jetzt keine Sachen mehr. Doch, da kommen hinten, da hinten kommen Sachen, oder? Da kommen ganz viele Fässer auf uns, Joe. Wir sind auch hier, guck mal, wir sind angedockt, oder nicht? Wir hängen hier fest, ja. Ist doch geil. Würde ich jetzt, äh, ausnutzen eigentlich. Der Hai... Ach, was... Ich habe einen Quisch. Hast du den Grill gebaut? Bär. Ich brauche noch einen Seil für den Speer. Ich habe was getrunken. Geil, Niklas. Immer schön mit Salzwasser nachfüllen. So weit weg. Aber die kommen auch... Jetzt muss ich noch den Fisch in die Hand nehmen. Als nächstes müsste ich was trinken. Und was essen eigentlich auch, ey. Ich habe eine Katastrophe. Ich koche uns gerade was Schönes, Kindler. Hier, feines Makrelchen auf die Flamme gelegt. Und es sind hier, ähm, Angelrute. Nee, auch Seil. Hab ich gebaut. Seil? Das kann ich. Okay. Wir haben aber hier keine Items, die auf uns zukommen, Leute. Nee, aber hier, wie du mir gerade gesagt hast, ist eine gute Insel, wo wir hier sind. Ja? Wo wollen wir die mal scouten, dann? Ja, ich würde jetzt mal runtergehen. Ich würde gerne was essen noch. Und wie wartet mit den Essen? Du isst jetzt den Fisch gleich, Hauke, ne? Ich will mal versuchen, die Kartoffel da raufzupacken. Das? Kommt man da jetzt übrigens auch. Was ist denn jetzt hier drin? Nee. Ich muss was trinken jetzt auf jeden Fall. Tasse voll Süßwasser. Trinken. Was ist mit dem Fisch? Mach den mal, isst den mal, Hauke. Der ist nicht fertig. Der muss, äh, muss gewartet werden. Okay, dann geh ich mal in Land jetzt. So, was ist denn hier? Kommt man hier überhaupt rauf? Was ist das? Ah, ich angel den Mondschein. Ist das schön. Das kann man nicht aufsammeln hier? Das ist ja traurig. Wie kommt man da oben rauf jetzt? Gar nicht. Ah, okay, man kann. Ich habe übrigens den Eindruck, wir bewegen uns doch ein bisschen. Tun wir auch. Wir bewegen uns ein ganz bisschen. Ganz, ganz langsam kommen wir frei. Ja. Kann jetzt das essen, aber es ist nur ein Essen da. Denn es. Oh, von hier kommt man rauf. Oh, der Mond. Das ist der Vollmond. Jetzt habe ich es gegessen. Oh, es gibt aber auch nur ein Drittel, ne? Ich habe direkt einen neuen draufgelegt. Also, wir brauchen dringend einen Speer, falls der uns angreift. Ich muss jetzt auf jeden Fall es trinken hier. Ich habe einen Speer, aber ich bin gerade auf der Insel. Süßwasser füllen? Ne. Ich habe einen. Doch, Süßwasser füllen. Nur mein Inventar aufräumen. So. Gut, ich loote mal die ganze Insel, aber es sind nur Blumen irgendwie. Ich bin mit den Kokosnüssen. Ich habe doch gerade getrunken. Oh, wir sind frei. Niklas, wir rutschen ganz doll. Niklas, komm zurück. Komm zurück. Warte, 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 warte. Kunststoff, okay. Wo seid ihr da? Okay, ich bin über euch. Komm gleich. Ich habe ein Rezept gefunden. Mir fehlt halt eigentlich nur Kunststoff. Kunststoff ist das, was mir am krassesten fehlt. Jungs, Jungs, ich bin wieder da. Ich habe auch jetzt mal ein Rezept. Du musst schwimmen. Wir sind schon so weit weg. Ich habe ein Rezept. Mein Inventar ist voll. Wassermelonsamen. Ich habe eine Wassermelone. Okay, sehr gut. Wir können dann Felder, glaube ich. Also kannst du selber Zeug anlegen. Wassermelone ist richtig OP. Durst und Hunger. Die ziehe ich mir jetzt mal direkt rein. Boah, Planke und Palmenblatt, okay. Und ich habe Ananassamen und eine Ananas. Geil. Oh, da kommt ein Sturm. Oh, da kommt ein Sturm oder was? Ja, Sturm. Ne. Was passiert jetzt? Erstmal mache ich jetzt unser Floß größer, weil ich mich dann sicherer fühle. Was kann ich denn hier? Nein, da hinten ist ein Fass. Wassermelone soll auf jeden Fall richtig geil sein, sagt Chad. Ich brauche halt Seil. Einfache Reiniger haben wir schon. Werkzeuge, Haiköder. Seil habe ich gar nicht. So, kann man die Kartoffel jetzt? Jetzt ist ja wieder ein Fisch drauf. Oh, Holzspeer kann ich machen. Sehr schön. Wo ist denn jetzt der gegarte Fisch? Hat den jemand da runtergenommen gerade schnell? Ich nicht. Äh, warte mal. Hä? Ich dachte, ich habe den ge... Ah, ich habe ihn, ich habe ihn. Ach nein, ich war auf mich. Jetzt habe ich einen zweiten Pastikhaken. Oh, ich Idiot. Der Hai! Was, 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 was? Wo? Was ist das? Du Schwein! Piss dich. Okay. Ich raff das noch nicht so... Oh, hier ist ja schon wieder Zeug. Jetzt habe ich einen Speer. Wir können einen Hai angreifen. Geil. Wo ist er? Der ist weg. Okay. Gleich, nächste Mal. Danke für deinen Einzelnen. Das ist Fass. Da ist er! Nein, nein, nein. Ich will das Fass. Greift er jetzt schon wieder an? Er hat mich angegriffen. Ich will das Fass holen. Kann ich auch im Wasser mit dem Speer angreifen? Ja, ich will das mal gucken, ne? Aua! Willst du mal wieder rauskommen? Vielleicht. Ihr macht schön mit hier Süßwasser füllen, ne, Freunde? Ja, ich raff das noch nicht genau, wie das geht. Weiß das tun wir mal. Gut, gut geht das. Ich habe jetzt gerade schon mit Salzwasser gefüllt. Mir geht halt ständig das Plastik aus, weil man so viel Plastik zum Bauen braucht. Ich habe eine Blaupause für einen Empfänger, nötig zum Aufheben von Funksignalen. Ich habe es auch bekommen. Wahrscheinlich können wir uns so retten oder so. So Plastik und Planke. Was braucht man denn jetzt noch? Was gibt es denn hier noch? Kannst du wegwerfen? Dann soll ich den wegwerfen. Kunststoff. Ich will den nicht wegwerfen. Segel. Segel wäre doch mal geil, ehrlich, oder? Ein Blatt und Planke. Alter, ist der Hai ja auch schnell, ey. So, ich gucke mal in den Chat. Da wird nämlich gebackseated. Ähm, okay. Ja, ich weiß, aber ich will das nicht alles wissen. Ich will auch was selber rausfinden. Ja, okay, okay. Ein Lager ist aber eine gute Idee. Ja, ja. Also ich versuche jetzt gerade schon... Also was ich gerade mache, ist unsere Plattformen immer größer machen. Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen priorisieren. Ja. Ich hole mal direkt einen Forschungstiff. Und ich habe auch nicht die Gefahr, dass der Hai das immer alles gleich kaputt macht. Ich würde mal ein Segel als nächstes Angriff nehmen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. So, Jungs, ich baue hier mal einen Forschungstisch hin, ja? Können wir direkt forschen ein bisschen. Sehr gut. So, der steht jetzt hier. Was macht man damit? Da. Packt man jetzt Gegenstände rein. Kann man auch Einzelne nehmen, ja? Ich kriege so wenig Kunststoff. Okay. Das Ding ist, wir müssen erstmal unsere Dinge ein bisschen größer bauen, damit wir halt mehr Sachen kriegen. Und wie baut man denn so ein Netz? Man kann doch so Netze irgendwie bauen. So, mein Haken ist kaputt. Oh, hier Netz. Niegel brauchen wir. So. Haben wir Niegel? Kann irgendjemand einen Kunststoff erfüllen? Ach, scheiß drauf. Schrott können wir mal verpassen. Was brauche ich denn dafür? Planke und Palmblatt. Okay, alles klar. Planken. Kann man auch eine Zwiebel erforschen? Nicht. So, das haben wir, das haben wir. Kann man eine Tasse erforschen? Nee. Kann man überhaupt gegen, fertige Gegenstände nicht. Ich glaube nicht. Das ist ein Schweinehai. Lernt ihr die Rezepte auch gerade? Ja. Sehr gut. Die kriegen wir alle. So. Ja. Ich baue noch eine Anbaufläche. Ich kann uns theoretisch eine Anbaufläche bauen. So. Jetzt können wir... Hast du die Samen? Jetzt können wir Netze, Hauke. Ja, warte erst mal. Oh na, hast du die... Niklas, hast du die... Hast du die Samen für die von der Wassermelone? Ja. Okay, pass mal auf. Dann hier. Guck. Tack. Hier. Kannst du reinsetzen. Wo reinsetzen? Ach, da. Hier in das Beet. Habe ich jetzt den Fisch aufgenommen? Vogelscheuhe, Hauke. Alter, ein verbesserter Haken. Den würde ich gerne essen. Geht nicht, Hauke. Geht nicht. Wieso nicht? Das steht nur entfernen. Hm. Ich habe Hunger gerade, aber ich habe einen Fisch hier schon. Funktioniert das? Falsches Beet. Ach so, oh. Ja, dann nehmen wir es weg. Wahrscheinlich für Kartoffeln. Boah, ich habe gerade eine Kartoffel gegessen. Wahrscheinlich hätte ich die da reinpacken sollen. Der Hai kommt. Verpässt dich. Ich habe noch eine Kartoffel. Drei und sechs noch. Aua, Alter, wie schnell der sich umdreht und mir einen mitgibt. Boah, wir haben drei Fässer gerade verpasst hinter uns. Brohe Kartoffel pflanzen. Habe ich drin. So, jetzt erstmal. Ich muss jetzt irgendwie auch mich mit um Essen kümmern langsam. Ich habe nichts mehr. Einen Ananas. Kann ich noch. So. Fünf Palmblätter, wo ich noch. Haben wir Wasser nachgefüllt hier? Können wir den Hai essen vielleicht? Nicht gemacht, so. Ja, den können wir essen. Genau, man kann auch ein Hai-Köder auslegen. So, wartet mal kurz. Kann mir irgendeiner von euch theoretisch einschrotten? Ach, wir haben keine Bolzen. Ist egal. Hat sich erledigt. So, drei Palmblätter noch. Ah, nee. Zu weit weg. Upsa. Da. Muss man die Kartoffeln gießen? Sehr gute Frage. Das weiß ich leider nicht, ob man die gießen muss. Ach so. Braucht frisches Wasser, ja. Hast du eine Kartoffelpflanze, oder was? Auge? Ja, ich habe zwei Kartoffelpflanzen noch reingesetzt. Also ich habe schon Kartoffeln angepflanzt. Geil. Das Problem wird allerdings gleich Essen. Ich muss jetzt dringend angeln, sonst... Ja, ich baue auch eine Angel jetzt und angel mit. Okay. Vielleicht sollte man sogar einen zweiten Grill bauen. Vielleicht sollte man auch mal so etwas wie eine Truhe bauen und einfach mal ordentlich Fisch produzieren. Wie blöde. Ja, eine Truhe habe ich noch nicht gefunden bisher. Doch, kleines Lager gibt es jetzt. Ja, ein großer. Könnte ich bauen. Ich baue mal eins. Kleines Lager. So, das kommt jetzt hier in die Mitte. Ich liebe das Spiel. Das ist schon ganz geil. Das ist halt sehr, sehr simpel, sehr, sehr ruhig. Aber es hat bestimmt auch gute Crafty-Möglichkeiten nachher. Ich habe so viel Pflanzen-Kram. Sollen wir vielleicht mal anfangen, uns ein bisschen zu spezialisieren? Das macht vielleicht Sinn, oder? Also richtig so, wir haben Jobs und so. So, ich habe jetzt mal ein Segel gebaut. Also ich kann von mir aus mich gerne um Essen und Trinken kümmern erst mal. Ich bin Koch. Okay. Ja, ich bin Wissenschaftler. Ich forsche auf jeden Fall immer. Und sammle aber auch. Okay, hast du vielleicht noch kurz Planken für das Segel, damit wir das ein bisschen nicht in der Mitte platzieren müssen? Wie viel brauchst du denn? Irgendeine Ausbuchtung, die du baust, weil das braucht vier, beziehungsweise so ein Quadrat, damit das Segel dahin passt. Hier, habe ich dir gerade gebaut. Ah ja, perfekt. Dann baue ich das in die Ecke. Also ganz dringend was essen. Sobald das fertig ist, sonst verhungere ich gleich. Ja, same. Okay, das ist egal. So. Boah, ein Segel! Öffeln. Boah! Okay. Das ist gegen den Wind, oder? Egal. So, ich muss jetzt auch was essen. Ich werde schon... Nein, das ist falsch gebaut. Ja, ich stehe auf den Grill. Sobald das fertig ist, kannst du es rausessen. Okay. Was sind das denn hier? Ananassamen und andere Samen? Genau, habe ich da reingelegt. Tännisstuhl, Teppich, Tisch, Ablage. Blauer Samen, das ist aber nur von so einer blauen Pflanze. Ich habe ja nur... Blauer Samen kannst du wegwerfen. Braucht die Pflanzensamen nicht so wichtig. Ich danke und sei. Stimmt, wir können auch einsetzen, oder? Prübel platzieren, zack. Ne, die Blumensamen brauchen wir, ich glaube, ich weiß mal nicht. Nur für Farbe. Kann man auch nicht forschen. Ich weiß nicht, ob die noch kostenlos sind. Der Fisch ist fertig, Gino, kannst du essen? Oh, geil. Mir ist auch schon schwummrig jetzt, wegen Essen. Und fuck, da fehlen Dings, Plankensamen weg, scheiße. Ja, ja, okay. Aber wir brauchen einen zweiten Grill. Also das ist, glaube ich, gerade echt ein Problem. Mir ist schwummrig, ich sterbe gleich. Ja, ich auch. Ich bin dran, ich bin dran, Freunde, ich sterbe nicht. Fisch ist ja nicht. Schnell, nimm drunter und esst. Dann kann ich einen neuen draufpacken. Schnell, schnell, schnell. Okay, neuer ist drauf. Das ist auch ein größerer. Ich könnte eine Kartoffel essen. Ich habe eine Kartoffel. Ne, die wollen wir sehen, oder? Haben wir noch plötzlich eine Kartoffelhauke? Nee, man geht es voll. Oh nein, fuck, ich habe die Rohrfisch. Ach, ihr könnt die Rohr essen. Wenn es ganz eng wird, könnt ihr Rohrfisch essen. Ja, 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 ich erstes eine Rohrfisch. Okay, ich muss Wasser machen. Wasser trinken. Da, hai. Da, hai. Lassen, da. Kiste. Ich hole die. Das ist nicht mein Job. Du müsst ihr unter euch aufteilen. Ja, habe ich, habe ich. Ihr habt zwei Zibel übrigens. Was mache ich mit denen? Kann ich die, nee, zwei Rüben. Kann ich die anpflanzen irgendwo? Kannst du grillen? So was du reiß? Oder anpflanzen? Warte, ich kann nochmal gucken, ob ich noch ein Beet bauen kann. Nee, mir fehlen vier. Ach, Seile. Doch, das kriegt, glaube ich, hin. Wir brauchen, irgendwer muss das Boot erweitern mal. Das wird langsam echt ein Problem. Das ist zu klein. Da vorne kommt eine geile Insel. Da werde ich erstmal Loot abstauben. Da werde ich kurz euch verlassen. Das ist doch am Floß. Seht ihr das? Ja, ja, ja. Direkt, wo wir hinfliegen. Da werde ich gleich mal hin. Schwimmen. Ist hier was fertig? Die hier ist fertig. Ja, die ist fertig. Wie dreht man Sachen? Trägt oder trinkt? Mit Ehre. Leute, wenn ihr was trinkt, dann auch immer neues Salzwasser nachfüllen, oder? Ja, ja. Unser Floß ist halt echt zu klein, ne? Ja, aber wir brauchen die Materialien auch für Sachen, für Zeug. Hier sind Rübe fertig. Essig. Ich habe gerade gegessen. Ich lege die Rübe gleich rauf. So trinken. Wenn ich die rauflegen, einfach. Ja, ich habe die aufgelegt. Sehr gut. So, ich werde gleich mal die Schrottinsel da. Aber ich muss demnächst was essen wieder. Ja, ich habe gerade, ich loote die. Wieso gehst du denn jetzt? Ach so, ich dachte, sorry, ich habe das gesehen. Können wir die anbauen irgendwo? Oh, das hat sich gelohnt. Kann man den Grill klauen? Können wir die Vogelscheuche mitnehmen? Du bist ein Vogelscheuche. Das sinkt. Wenn man angefangen hat, das zu looten, sinkt das. Einfach nur sauer. Da hinten kommen Kisten, Niklas. Fässer. Oh, ich muss was essen. Shit. Äh, so. Ich wollte... Erntezeit! Ich habe was geerntet. Ich brauche frisches Wasser. Also, wir brauchen einen zweiten Wasserproduktions-Dingsee. Dann nimm mal die Rübe runter. Ah ja. Die könnte essen. Oh, esse ich hier gleich, dann ist mein Dings leer. So, wo soll es denn jetzt hingehen eigentlich? Bauen wir das Floß jetzt weiter aus einfach? Genau, weiter ausbauen, erstmal so Grundbedürfnisse stillen. Ja, ja, weil wir sind jetzt sehr klein gerade. Also, dafür braucht man ja einfach einen Hammer, ne? Ähm. Ich wollte mir mal eine Axt bauen, dass wir auf der nächsten Seite auch... Da kann man nämlich, glaube ich, dann die Bäume fällen und kriegt viel mehr Holz auf einmal. Wo ist denn da? Hammer. Was brauchst du für eine Axt? Stein, ne? Warte, ich guck mal... Alles, was da greift, fieh ich das hier an, ein Vogel. Ja, deswegen brauchen wir eine Vogelscheue. Der Vogelscheue ist gestohlen. Hat er wirklich? Nee. Was ein Assi. Geil, Kartoffel. Gott. So, ich packe mal hier 20 Planken, ein Stack in die Kiste, falls man immer Planken braucht. Ja, ich brauche die ganze Zeit fürs Kochen halt, aber... Wo ist denn so ein... Ach, da haben wir 20er Stack reingepackt. Super. Wir müssen diese Netze bauen, dann können wir passiv. Und wir müssen unser Floß halt mal echt vergrößern, das ist halt so klein. Ich brauche mal Planken, um das zu vergrößern. Da habe ich gerade 20 Planken da reingepackt, ja? Ja, ich gönne mir ein paar Planken aus dem Kiste. Aber wo? Mir fehlt halt nur Plastik eigentlich. Wo sind die Planken? Da drin? Ich packe auch mal einen Stack Plastik rein, Hauke. Wenn Gino kurz mal loslässt. Da kann ich richtig viel bauen. Das sind aber keine Planken, Niklas. Gino, da sind 20 Planken in meinem Inventar und nicht in der Kiste. Richtig. In deinem Inventar, ja. Hast du richtig gesehen, richtig. Ha, du Spacko. Ich muss euch nur noch anschreien auf den Boden, Mann. Das ist ganz spannend. So. Muss ich was trinken. Jetzt ist aber safe in der Kiste. Ja, ich habe schon. Kunststoff und Planken. Mann, ich werde hier schon die ganze Zeit ausgelacht, ey. Alter, welcher gierige kleine Wasserflasche hat denn das sofort? Ich muss die Rüben hier gießen. Achso, ich hatte, wurde verdustet. So, alles klar. Oh, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Ah! Nein! Ah! Heide, 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 heide! Ich habe einen Speer! Oh, Leute, ich glaube, wir müssen das hier reparieren. Guck mal. Ja, ja, das mache ich jetzt. Okay. Ich habe ihn verletzt. Ist repariert. Einmal kann ich noch. So. Gibt es da was zu essen gerade? Nee, ne? Nee. Ist auch noch was? Oh nein, ich habe aus dem Salzwasser getrunken. So. Was bauen wir jetzt als nächstes? Wir brauchen noch so ein Wasser-Ding. Ach so ein Wasser. Vielleicht können wir auch mal eine zweite Ebene bauen. Also wenn wir, man kann halt höher bauen, ne? Mit einer Leiter, ne? Nee, einfach so. Du kannst so ein Fundament bauen und dann geht es hoch. Ah! Au, 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 au. Wo finden wir denn hier die? Holzräume kann man bauen. Rein, ja. Halmblatt und Kunststoff. Okay. Ich sorge mal dafür, dass wir ein zweites Lager bekommen. Zweite Reiniger bekommen. Was brauchen wir denn für so ein Netz? Für so ein Sammelnetz, das Niklas da hatte. Oh, ich habe zwei, äh. Da, Sammelnetz. Seile, Nägel. Seile. Ich lege die in die Kiste. Ich habe auch noch Seile. Lege ich dir auch gleich in die Kiste. Seile, Seile, Seile. Seile, da, 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 da. So, zehn Seile packe ich hier rein. Pall da. Oh, ja. Die Rüben, die da gerade sind, die habe ich rauf. Die muss ich gleich essen, ne? Lass mir mal bitte die Beine rüben. Okay, okay. Sobald die fertig sind, schmeiß ich zwei neue drauf. Äh, 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 Hauke, ich baue dir einen Reiniger nochmal, ne? Einen zweiten. Ja, okay, sehr gut. Okay, perfekt. Ey, verpiss dich. Was hat er gestohlen? Äh, irgendwas hier drin. Nichts. Hast du nicht früh genug verhört. Asi, ey. Was ein Asi-Vogel. Wo soll der Reiniger denn hin? Bisschen weiter außerhalb oder sinnvoll, ne? Kann man die Sachen auch wieder abreißen? Weil das ist ja super gedrungen hier. Rüben so ein Rotter. Kannst du X gedrückt halten? X gedrückt halten. Ja, ich, äh, äh, ich baue mal beide Reiniger hier hin. Ich würde dann nachher die Küche eher den zweiten Stock schubsen. Oh, Alter. Ich entferne mal den einen Reiniger und lege den neben den anderen. Hat schon wer Salzwasser getrunken? Ich habe einmal Salzwasser aus der Seen getrunken. Was passiert dann? Verlierst du Durst. Also, was war das? Da ist doch irgendwas kaputt gegangen gerade. Ja, unser, unser Salzwasserreiniger ist weg. Ja, ich habe jetzt zwei hier nebeneinander platziert. Okay. Unfassbar. Ich lag jetzt mal Planken rein. Bei Salzwasser. Ja, genau. Perfekt. So, so, so. So, ähm. Äh, auch. Oh, das ist mal voll anstrengend. Du musst die ganze Zeit was machen, Alter. Ja. Vogelscheuche wäre auch mal ein, äh, Steinpfeil. Kann Wasser... Ne. So, dann müsste bald mal wieder in der Insel kommen, oder nicht? Wir sollten mal unser Floß wieder breiter bauen. Genau, das muss auf jeden Fall breiter. Ihr habt ja schon Hämmer, ne? Ja, ich brauche Planken auf jeden Fall. Bau das auch mal auf die andere Seite vom Segel weg. Lass mal, dass das Segel die Mitte ist vom Floß, oder? Okay. Ich baue mal ab. Ne, es kann ja stehen bleiben, aber dass wir alle Seiten ausbauen, würde ich sagen. So, ah, okay, okay. Also, dass wir uns so vorstellen, dass das Segel die Mitte ist, okay, und später vielleicht. Ja, gut. So, ich sammle Zeug. Das ist meine Spezialität. So, hier kann eine neue Überaum. Scheiß Hai, ey. Neue Kartoffeln. Ich glaube, wir brauchen mal so einen Haiköder, und dann können wir einen Hai angeln. Wie krieg ich denn... So. Vielleicht auch eine Shotgun, oder so, ey. Was ist denn eine Haiköder, wo ich... Muss ich mal trinken. Ich war nach der Haiköder. Jetzt rauf ich es. Beide mit Salzwasser gerade vor. Wo ist die Brasse? Ich höre einen Vogel. Oh. Oh, eine Vogelscheuche brauchen wir auch, glaube ich, Alter. Die Vögel bringen halt richtig viel, aber meine Angel ist gerade kaputt, leider. Ich habe eine Angel. Niemand hat einen Bolzen, oder? Willst du meine Angel, Hocke? Hier, nimm mal meinen Angel, da. Vor dir. Ach so, okay. Danke. So. Ne, einen Bolzen habe ich nur auf der Insel in der Kiste gefunden. Dann habe ich direkt geforscht erst mal. Damit wir neue Rezepte bekommen. Und dann ist der weg. Man muss mal mit einem forschen. Repariert ihr das einmal? Brauchst du nur einen Hammer für. Und dann Hammer, Rechtsklick. Und dann kannst du unten Reparieren auswählen. Das ist dann die Funktion vom Hammer quasi. Machst du Gino, ne? Machst du Gino, ne? 40% Gesundheit. Machst du Gino, ne? Gino, machst du, ne? Gino? Ich weiß gar nicht, ob Gino das nicht hört. Oder Gino? Gino? Ja. Hörst du mich? Ja, aber wieso geht das nicht? Machst du, ne? Ja. Okay, danke. Ach da. So, ab jetzt gibt es auch tatsächlich, wir sind an dem Luxuspunkt, wo wir schon fertiges Essen in der Kiste haben. Oh. Mal was. Moment, Holzdach. Holzsäule, Holzwand. Treppe. Wieso habe ich eigentlich immer wieder Katüppeln im Inventar? Achso, die kommen aus den Kisten. Ey! Verpiss dich! Vogel, Vogel! Schwein. Oh, ich bin runtergefallen. Jungs, nimm mich mit. Was war das? Das war der Hai. So, ich mache jetzt mal ein Paddel als nächstes. Oh, schön gebraten. Alter, alter. Alter, dieser Wind. So, hier haben wir zwei. Danke. Jetzt ziehen wir einen Sturm auf, ne? Sammelnetze sollen wir bauen unten. Ja, das will ich halt die ganze Zeit, aber uns fehlen halt die Nägel dafür. Wir haben halt keine Nägel da. Ja, ja, ich kümmere mich darum, dass wir den nächsten auch besseren Loot bekommen. Ich habe mal Paddel und Anker gebaut schon mal. Das heißt, wir paddeln jetzt mal die nächsten Inseln an. Ja, da rechts ist gerade eine Insel. Also, falls du paddeln willst. Ja, wir sind schon zu weit, die habe ich gerade schon gesehen, wir sind zu weit schon dran vorbei. Lass mal die nächste nehmen, die wir sehen. Sammelnetze, ich brauche Planke und Seil und dann kann ich Sammelnetze bauen. Wie geht denn das hier mit dem Segel? Wir haben doch bestimmt Planken und Seil in der Kiste, oder? Wo kommt der Wind her? Planken sind drin, Seil ist jetzt auch drin. Perfekt, da kann ich Sammelnetze bauen. Oh, ich brauche, fuck, ich brauche Essen nicht für das, äh, für Hunger. Dann sind wir fast fertig. Ach nee, du hattest doch hier Essen schon fertig, oder? Essen in der Truhe ist fertiges Essen, ja. Geiler Typ. Leute, ich paddel uns zur Insel. Nice. Ne, Seil, was brauche ich denn? Planken brauche ich. Nether-Portal? Das ist ein falsches Spiel. Hatte mir von euch noch Planken am Start? Planken? Ja. Nee, nur noch zwei. Ich haue die halt die ganze Zeit ins Feuer. Ich leg nochmal einen Stack rein, Gino. Hier ist nochmal im Lager, ist noch ein Stack. Ja, perfekt, danke. Dann mache ich jetzt Sammelnetze, Freunde. Nice. Kannst zwei Stück sogar bauen. Mach jetzt einfach mal, so. So, was ist das für eine Insel hier? Hauke? Hast du kurz Zeit, die Insel zu looten? Dann brauche ich keinen Anker werfen. Dann kann ich nur gegen ihn anpaddeln, weißt du? Der Haupt-Loot ist halt Unterwasser, ne? Wollen wir eine doch ankern? Haben wir eine Axt? Verstehe. Warte, ich gucke kurz, ob ich eine bauen kann. Ich gucke auch mal. Oh, wir treiben weiter. Wir treiben weiter. Ja, 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 chill, 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 chill. Ich habe eine Ahnung, nass. Und eine Wassermelone. Noch eine Wassermelone. Das Ding ist, um die Inseln findet man halt Erz. Gino, hast du eine Axt? Gino? Ich habe keine Steine für eine Axt. Dann geh mal die Planken zurück, weil ich habe alles. Okay. Ich habe zwölf Steine. Oder was, 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 was baust du denn für eine Axt? Gino? Gino, was baust du für eine Axt? Gino, Gino, was baust du für eine Axt? Was willst du? Ich habe die da jetzt reingelegt. Ah, okay. Ja, dann lass los. Lass los. So. Kannst du deinen Bambus abbauen, ja, ne? Wahrscheinlich. Ich hatte schon eine Axt. Ach, Mann. Dann gib mir doch deine Axt. Ja, hier, kann ich auch eine. Das ist auch eine. Hier. Hier, komm. Die Siegel, ey. Ey, hast du aufs Boot geworfen? Ich komm, ich komm. Komm, wir treiben weiter, ne? Ja, ja. Ich paddel uns mal wieder ran. Ich weiß nicht, ob ich die Axt jetzt bekommen habe. Ich glaube, die ist jetzt, fuck, die ist hier im Wasser. Äh. Ich habe die nicht. Die ist irgendwie weg. Was? Was war das denn? Du hast die irgendwie ins Wasser geworfen. Oder die ist dann ins Wasser gefallen, nach einer Weile. Fuck, ich muss rauskommen, sonst killt der mich. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Ich, ich habe sie rein. Ich komme hier. Oh Gott. Kann man hier unten nimm was? Hauke, noch mal einen Versuch. Komm mal her. Ich tue noch nimm was. Hauke, hier. Äh, da. Siehste? Hab sie. Nice. Dann geh mal. Für drei Mal weiter, ne? Ja, ich versuche, gegen anzupaddeln. Mehr Mühe. Warum kann ich gerade eine Kokosnuss aufheben? Das ist nix, ne? Ja, das Problem am Anker ist, wenn wir den werfen, ist er weg. Ich könnte auch einfach auf dem Boot bleiben. Ich kriege immer mehr Planken. Fuck, ich habe den Fisch freu nicht. Oh, fuck, ich brauche Wasser. Und essen. Shit. Oh, der Hai greift wieder. Mann, du scheiß Hai. Okay, Baum gefällt. Das Baum bringt nix. Vielleicht kann ich uns so rein manövrieren, dass wir nicht mehr treiben. Mal sehen. Ihr seid doch super dicht dran immer noch. Also voll gut. Ich habe richtig viel Holz jetzt gekriegt, aber bei GL8 aus dem Denken. Wir hängen. Gibt es hier was zu essen gerade? Ich habe auch gerade gegessen. Gibt es hier noch was? Ne, wir haben nix mehr, ne? Herr Koch, du müsstest dich mal ums Essen kümmern wieder. Wir haben rote Blumen. Ich komme. Hallo Kinder. Ich werde nochmal kurz unter Wasser. Lecker, schwäger. Rein damit. Das ist nicht unter Wasser. Hier. Okay, ich packe es in die Kiste. Sag mal, wenn ihr wegtreibt, weil ich bin gerade unter Wasser. Okay, gibt es noch was geiles? Ja, das sind Erze und so. Das musst du halt alles abbauen. Das ist überall Schrott unter Wasser. Ah, das finde ich eigentlich auch gerne. Ah! Alter, der Hai! Das ist rein! Fuck, ich kriege hier rüben, aber ich habe keinen... Ich muss dann irgendwas gegen den Hai machen. Ja, wir brauchen diesen Haiköder. Dafür brauchen wir zwei... Ey! Zwei Fische. Ich glaube, dann können wir... Jetzt liegen die Rüben unterm Segel. Ich kann die nicht looten, weil ich dann mit dem Segel interagiere. Da, holen wir auf den Hai, Alter. Wollen wir jetzt mal weiter treiben, sonst? Ja, ich brauche mal diese beiden Sammelnetze, dann haben wir eh wieder... Tino, wo bist du? Ich komme! Hilfe! Schaffst du das? Jungs! Ja, ich komme. Der Hai greift mich gleich an, bestimmt. So, was haben wir denn... Zack, bin da. Was haben wir denn gefunden? Ich gucke mal, was ich forschen kann. Habe ich nicht Ton gefunden? Hä? Hier gerne was bauen und dann da das Sammelnetz. Ich habe halt super viel so blöde Pflanzen, so buntes Zeug und so blaue Blumen und so ein Kram. Das brauchen wir doch alles noch gar nicht, oder? Nee, Farbzeug brauchen wir überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ey, wo ist das Loot, Jungs? Wieso kommt das Loot nicht mehr? Ach, da in die Richtung. Oder was? Wieso kommt da nichts mehr? Gino, was redest du hier? Wo ist der Loot? Wir treiben gerade nicht. Kann mal jemand die Rüben vom Grill essen? Ich muss essen, ich muss essen. Mach die mal weg. Mach doch mal das Segel und dann... Schmeiß mal bitte regelmäßig Rüben in den Grill. Ich meine Planken in den Grill, weil ich habe nicht so viel Planken. Ist gerade windstill. Aktuell auch nicht mehr, aber der Loot kommt ja wirklich nicht mehr. Da hinten kommt er wieder. Kommt gleich chill, chill, chill. Was wirst du da gerade hin? Alles Sammelnetze. Achso. Ich müsste auch was demnächst essen, aber... Ich brauche auch noch Wasser für die Pflanzen. Der Grill ist an. Wenn ihr da Planken reinlegen würdet, wird das auch grillen. Ich kann nicht. Ich brauche Planken. Ich habe auch keine Planken. Wir haben auch keinen neuen Loot. Da kommt er. Da hinten kommt der Loot. Hey, Vongel! Da sind wir unsere gute Ananas. Was ist das da? Ist das jetzt fertig? Komm schon. Ja, perfekt. Nur da kommt Loot. Planken! Der Haiköder lenkt den Hai nur kurz ab, damit man tauchen kann. So. Wie gerade gesagt. Das ist ja dumm. Bei den zwei Haispänen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass der Hai hier gerne mal knabbern wird an dem Stück, wo unsere Wasserspender drauf sind. Ja. Das ist... Das beruhigt mich nicht direkt. Ja, aber wenn wir den Haiköder haben, dann haben wir zumindest ein bisschen Zeit, glaube ich, wenn er dranhängt. Ja. Ich habe da rechts was gesehen. Ja, da rechts ist irgendwas. Ich glaube, da ist eine Insel rechts. Da war so ein Floß wieder. Das Valuable Loot. Ja, da rechts ist ein Floß. Ja, ja. Ich lenke, ich lenke, ich lenke. Da kommen wir hin, da kommen wir hin, da kommen wir hin. Wo sieht das aus? Wir sollten übrigens vielleicht die ganze Zeit mal lenken, weil wir haben natürlich gezielt Sachen in unsere Fänger treiben lassen, ne? Ey, Hauke, was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Das wusste ich nicht, dass du das machst. Jetzt weiß ich das, ne? Das ist nicht mein Job. Bringt überhaupt was? Reden wir nachher nochmal. Das ist doch schon was drin. Kann es dir was zu trinken geben? Ne, kann ich nicht. Hier, trinki, trinki. Hei! Der ist schon voll mitgenommen, der Hai, ne? Ich glaube, der ist bald tot. Ja, hoffentlich. Klanken sind gerade hier mangelbar, habe ich das Gefühl. So. Oh, mal ein bisschen mehr Wind. Hauke! Ich habe vor dir gekillt! Yeah! Auf den Grill damit! Boah, kann man den essen jetzt? Was eine heftige Möhre, ey. Komm mal, der wird weggenascht wie nix! Und Federn haben wir auch bekommen. Yay! Für Pfeile. Geile Hähnchenschenkel da. Hier hat die Kartoffel hier auf. Ah! Lass mich mal gleich den Hähnchenschenkel essen, weil ich habe super wenig essen, aber wir wissen genau wie viel der gibt. Trink mal bitte, das Wasser ist fertig, also wir können gerade trinken. Okay, ich trinke. Und links ist gleich eine Kartoffel fertig, die kann jemand naschen. Nee, warte mal. Kann man jemanden links nehmen, nämlich einfach. Kein Wasser fertig. Bin gerade auf Tauchtour. Ja, die sollen beide voll sein. Nur Salzwasser, ich glaube, weil die Planken fehlen. Was ist das? Ja, ich habe auch keine Planken mehr. Ich auch, oder? Niklas forscht gerade. Komm, komm, komm. Aber das dauert voll lange, die Hähnchenschenkel zu grillen. Alter, die Ananas, ne? Die ist schon bald fertig. Oh, wir haben jetzt ein Bolzen. Was wollen wir damit machen? Immer eine Idee. Kann man das... Was haben wir denn? Ich packe dir mal in die Kiste und hauke, du überlegst, was wollen wir mit dem Bolzen machen, ja? Okay, ja, ich gehe mal durchgucken, was man dort machen kann. Äh, ich muss irgendwas dafür wegnehmen. Alter, jetzt hört doch mal auf, die gelben Samen und die Blumen in die Kiste zu packen. Das ist Müll. Jungs. Pimpel. Wurfanker. Das habe ich am Anfang gemacht, sorry. Ne, ich habe die immer wieder ausgepackt. Forschungstisch. Man kann wieder neue. Einfaches Bett. Kleines Lager. Müll. Müll. So. Anbau. Vogelscheuche wäre ja mal ganz geil, eigentlich als nächstes. Äh. Ja, wobei, die Vögel bringen uns halt auch Ressourcen, ne? Also, so schlecht ist das nicht, wenn die kommen. Können wir nicht eine Vogelfalle bauen? Vielleicht? Ja, hier ist Süßwasser gleich fertig. Ah, fuck, wir haben keine Planken. Also, wir haben gerade echt Planken-Notstand. Planken-Not, ja. Ja. Ich packe mal vier Planken wieder in die Kiste. Sehr gut. Brauche ich jetzt mal eine Insel zum Holz hacken. Ähm. Es gibt aber auch gar nicht so viel. Das sind halt auch echt nur acht Planken, so. Kann ich das nächste Essen haben? Ja, er liegt auf dem Grill. Oh, nee, warte, ich hab's im Inventar. Die Möwe! Ah! Ich hab's gut gehört. Äh, so eine Sekunde. Wir haben schon wieder keine Planken für das Wasser mehr. In der Kiste ist was drin. Da sind auch Kokosnüsse drin. Die kannst du auch essen. Ach so, okay. Und auf dem Grill liegt eine fertige Grip Backkartoffel. Ich nehm jetzt die Kokosnüsse. Wie viel hat die Dinkse gegeben, Hauke? Die Hähnchen-Checke? Ein bisschen mehr als anderes Zeug, aber viel war es jetzt auch nicht. Okay. Der Müllstrom ist weniger geworden. Ja, ist deutlich weniger Loot hier. Ja, da rechts ist ganz viel. Wir haben eine schlechtere Route, keine Ahnung. Nee, wir wollen jetzt erstmal links. Oh, wir sehen einen Fluss. Naja, der Paddel... Oder ab, du denkst schon auf das Fluss. So, okay, okay, okay. Paddel gerade hin. Paddel gerade hin. Nix-Segel einziehen. Das ist in die richtige Richtung. Das muss so. Ich bin ein Segler. Ich hab'n Segelschein. Ah! Hi! Irgendwo oder was? Ah, ihr schwimmt ja da vorne. Fuck! Ich komm nicht mehr ins Wasser. Äh, ins Sink. Hör mal auf, Niklas. Hör mal auf. Ach so, weil Niklas Dings... Ich hör sofort auf, ich hör sofort auf. Wir sind gleich da. So, ich geh'n mal looten. Komm nicht mehr hinterher. Der stirbt, der Heid hätte die. Ah, der überlebt. Fuck, ich sterbe wirklich. Nein, der überlebt. Du musst jetzt immer noch nicht zu uns kommen, bist du... Oh, fuck. Du musst dich holen. Ist wirklich tot? Ja. Ja, ja. Sorry, Gino. Äh, ich weiß gar nicht, könnt ihr mich retten? Ich denke schon. Welch? Ich finde ein Bett. Ach so. Oh, fuck. Wir können ein Bett bauen. Wir haben doch können ein Bett bauen. Sicher? Einfaches Bett. Planke, Kunststoff, Nagel. Wir brauchen drei Nägel, sechs Planken, viermal Kunststoff. Oh, drei Nägel. Kann doch nicht... Alter, willst du, dass Gino tot ist oder was? Ja, man kann doch einfach drücken, dann lebt er wieder. Oder nicht? Ja, aber dann habe ich keine Ressourcen mehr. Safe? Das ist alles weg. Ja, ja, das ist dann alles weg. Danach ist alles weg. Okay, okay. Verstehe. Segel in den Müllstrom setzen. So, dann gib doch mal den Dings... Hier, gib mal her den Bumsfallerer. Ich brauche eine Planke. Die habe ich. Jetzt bin ich gespannt. Wie das hier läuft. Ich habe ein Scharnier. Das forsche ich direkt mal. Ich habe ein Scharnier. Den kann man nicht forschen. Gut, dass du ein Scharnier hast. Was macht man mit Erz, ist die Frage. Aus dem Erz, da brennen wir Eisen draus. Und daraus machen wir dann Nägel und so. Also noch mehr Sachen. So, ich packe mal die Valuable Sachen in diese Kiste. Arbeiten wir daran, Gino zu beleben? Ich hoffe. Ja, ich dachte, du arbeitest daran. Ich habe halt nicht die Nägel. Drei Nägel fehlen mir. Ja, guck mal hier in die Kiste. Ach so, sehr gut. Ich höre einen Vogel. Plündert er irgendwo unseren Kran? Ich höre nichts. Ich höre nur was essen. Ja, es ist klar. Da ist es. Okay. Oh, fuck. Okay, Sekunde. Ich habe es gleich, Gino. Ich habe es gleich. Ich bin mal weg mit dem Platz. Kein Problem, Gino. Ich habe dich ins Bett gelegt. Ich kack dir auf den Kopf. Oh, mega. Dankeschön. Ihr seid richtig cool. Ihr seid die besten Jungs der Welt. Hast du ein ganzes Zeug gebehalten? Ja. Und ich habe sogar mehr... Vogel, vogel, vogel. Ab ihn. So, wo wollen wir denn als nächstes hin? So. Ich mache die Nägel auf. Wir können auch schlafen, damit die Nacht vorbei ist wie in Minecraft. Warum sollte man das tun? Bringt uns, ist die Nacht irgendwie scheiße für uns? Das ist eine allgemeine Information. Mein Haken hängt fest. Ich wollte euch nicht mehr sagen. Sammeln jetzt. Wir haben halt überhaupt keiner was los. Hä? Doch, wir haben voll viel. Ja. Wir haben valuable Sachen. Hauke, du musst dich als nächstes mal darum kümmern, was wir mit dem valuable Sachen machen. Oder soll ich das machen? Weil ich sammle eigentlich die ganze Zeit. Wir brauchen ja auch normale Sachen. Du hast auch viel mehr Überblick, was wir eigentlich haben. Also ich habe überhaupt kein Überblick, was wir haben. Okay, 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 okay. Ich schaue mal. Erste Mal. Ah. Jetzt weiß ich, was wir bauen. Okay. Ich muss mal was anderes sagen. Haben die Idee. Haben die Idee. Haben die Idee. Sorry. Ich bin aufgeregt. So, pass mal auf. Bauen wir jetzt erst mal den hier. Oh, guck mal. Oh, Kiste. Wir sind an einem Punkt, wo wir so hoch sind übrigens vom Wasserstand, dass sie einfach immer komplett voll sein solltet. Wenn ihr das nicht seid, trinkt und trinkt und trinkt. Dino, kannst du mal die Kiste loslassen? Weil dann wollte ich mal. So, die große Kiste, die ich jetzt gebaut habe, da kommt Standardzeug rein. Steine, Seile, Holz und so. Okay, dann die kleine ist für Essen. Und die kleine Kiste ist für besondere Sachen und Essen, genau. Wobei besondere Sachen können wir eigentlich auch in die andere Kiste machen. Und nur Essen in die kleine Kiste. Sehr gut. Also ich wollte gerade sagen, es macht auch mehr Sinn, weil so viel Essen haben wir sonst auch gar nicht. Genau. Und so was für schwarze Blume ist übrigens noch immer Müll. Also das kannst du einfach drinnen. Ich habe es jetzt reingepackt, weil ich dachte, du kannst es ja da einfach organisieren. Okay, okay. Ich organisiere das Inventar. So, okay. Aber wir brauchen mehr von dem Basic-Zeug, habe ich das Gefühl. Deswegen würde ich mich dran setzen, viel mehr diese Netze zu bauen. Das Floß super breit machen. Genau. Und überall Netze. Wichtig ist nur, dass du das zwei breit machst. Nicht, dass der ein Ding zerstört und wir halt alles verlieren, was wir dran nehmen. Oh, da kommt die nächste Dünsel. Seil und Nagel brauche ich. Wollen wir planken oder so? Wieso kann ich das jetzt nicht gießen hier? Da. Da kommt die nächste Insel. Da können wir schön viel Holz abbauen auf jeden Fall. Richtig viel Planken brauche ich. Unendlich viele Planken. Ähm, wo sind nochmal Seile? Okay. Hä, die Insel haut immer wieder ab. Da ist sie wieder. Und Nägel. Nägel, 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 Nägel. Hä, wieso kann ich jetzt die Pflanzen nicht gießen? Geht das nicht nachts oder was? Äh. Äh. Keine Insel. Äh, nein. Den hat es vergessen. Äh. Wo ist er? Ist schon weg. Ja, verschäuchte ich gerade. Warte, Planke, Seil. Okay. Oh, ja, geil. Man späht es bald kaputt. Nice. Achso. Nee. Späht es bald kaputt. Nice. So, sammeln Nägel. Wo finden wir denn Nägel? Nägel sind schon relativ valuable auf jeden Fall. Ja, ne? Wenn ein Zauber Niklas hat manchmal welche. Schrott, Planke. So, da kommt, wir kommen zur Insel langsam. Alter, ich kann schon eine große Anbaufläche. Uiuiui, da brauche ich aber auch schon Nägel für. Vielleicht finden wir auf der Insel Nägel wieder. Warte, kann man nicht Nägel auch craften aus Schrott? Oh, es fängt an zu regnen. Und Sturm. Verpiss dich. Ich mache gerade harte Lacks. So, Jungs. 18 Nägel warten in der Truhe auf euch. Mittlere Anlauffläche reicht einmal für beide Pflanzen. Oh, Schrott. Okay. Habt ihr gehört? Achso, ja. Das weiß ich, aber ich wollte mehr. Was denn? 18 Nägel warten in der Kiste auf euch. Boah. Dann nehme ich mir doch mal ein paar. Ich würde mir auch ein paar nehmen. Nee, gar keine. Haut rein. Oh, ehrlich gesagt, überhaupt keine, glaube ich. Was kostet denn Haiköder? So, ich will diese Netze ausbauen. Sammeln jetzt da. Fische. Und wie das sei. Fuck, ey. Wie viel Sei wir brauchen. So, wir kommen jetzt an die Insel. Ich gehe schon mal in Land und hack Holz. Zack. Okay, ich bin mal was. Einer muss auf dem Floß bleiben, um zu sagen, wann wir wegtreiben. Okay, ich bleib auf dem Floß. Okay, soll ich auch auf die Insel gehen oder was? Hast du eine Axt? Ja, ja. Ja, warum nicht? Ich bin doch kein Gino. Oh, hallo. Stimmt nicht, ob ich noch nass. Oh, Blumen, die brauchen wir dringend. Wassermelone. Was ist denn das hier? Eine Kiste? Ja. Da ist eine Kiste. Alter Schwede, da war viel Zeug drin. Wir haben jetzt auch ordentlich Palmsamen. Wir sollten jetzt auch mal tauchen, ne, um die Inseln rum. Ja, aber dafür brauchen wir einen Haiköhlerhauk, gell? Und dafür brauchen wir rohe Brassen und rohe Heringe. Die können wir einfach angeln. Ja, lass mal versuchen, die schnell zu angeln. Das geht super schnell. Also es soll zwei, brauche ich nur einen raus. Ich angle schnell. Platz, ja. Haben wir nicht hier noch irgendwas drin? Äh, essen. Ja, essen ist ganz gut. Zack. Oh, das Floß backt gerade rum, Alter. Ja, ich sehe es auch gerade. Ich versuche mal, gegen anzupaddeln. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Ich fülle das Wasser nach. Alter, ich habe eine mechanische Schrottente geangelt. Was? Wir wollen halt was Sinnvolles angeln. Ich angle eine beschissene mechanische... Oh, ich muss was essen. Ich angle eine mechanische Schrottente. Soll ich einfach ankern mal? Ja, ja, wenn du kannst, voll gerne. Okay. Wir sind jetzt geantwortet. Das heißt, wir haben jetzt auch Zeit. Alle, alle. Ich bleibe mal auf dem Floß erst mal, um den Hai zu verteidigen und überlege, was wir durchbauen. Es ist eigentlich die ganze Zeit der gleiche Hai, weil ich würde mal die gewagte These aufstellen, dass wir, wenn wir alle drei ins Wasser springen, zusammenbleiben und den angreifen, den killen könnten. Ich weiß nicht, ob man den killen kann. Den kann man killen, 100%. Ich habe den früher schon mal gekillt. Es kommt, glaube ich, nach einer Zeit direkt ein Neuer, wenn man einmal den tötet. Die Blumen können wir wegschmeißen, oder? Ja. Aber ich glaube, man hat da einen Moment Ruhe, wenn der Tod ist. Ja, man hat auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Eine alte Kunststoffente scheint aus dem Spiel Scrap Mechanic zu stammen. Sind das dieselben Entwickler wie Scrap Mechanic? Sieht auf jeden Fall vom Style her ein bisschen so aus. Ich kann die halt jetzt hier hinstellen, die Ente. Ich würde mal sagen, ich packe die lieber in unsere Truhe. Wir sehen sie als einen Schatz. Boah, auf jeden Fall mal eine... Alter, ich habe ein Scharnier bekommen. Geil. Geil, Scharnier. Der Hai, der Hai. Fuck, der hat ein Stück abgerissen. Oh, nee. Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Wir müssen halt auch mal die Dinger mal reparieren und so. Boah, auch mal eine Achse jetzt als nächstes. Ah, ah, ah. Ich hinkasse, ah, ah, ah. Ganz gut. Oh, ernten. Jetzt konnte ich den eben ernten und jetzt nicht mehr. Hauke, angelst du eigentlich noch weiter für den Hai, oder? Weil ich würde gerne mal tauchen gleich, aber es geht immer. Ach so, ja. Entschuldigung. Sonneheit. Ich habe... Die mechanische Ente hat mich so ein bisschen vom Weg abgebracht. Okay. Oh. Verständlich. So, wie macht... Kann man einen Bolzen craften? Sein Bolzen, oh Gott. Hast du einen Bolzen? Nein. Nein, also nicht. Oh, hier haben wir einen Bolzen. Den nehme ich mal. Könnte sein. Ich habe eben einen Stinks gepackt, ja. Ja, ja. Also da ist eins, habe ich, habe ich. Dann kann ich jetzt nämlich mal einen Eisenhaken bauen. Kannst du bitte die Ente aufstellen, Klaro? Ähm. Habt ihr noch Schrott im Inventar gerade? Nee. Okay, dann muss ich mal was tun. Wo ist denn der Hai gerade? Hier ist ein Schrott. Äh, hier. Kann ich dir geben. Im Lager. Okay, dann brauche ich noch drei. Ich habe mir noch Nägel. Hast du schon einen Brassen oder Hering gefangen? Ja, aber noch nicht genug. Wir brauchen jeweils zwei. Ente steht. Oder jeweils ein. Ich glaube, jeweils ein. Eine rohe Sebrasse und einen rohen Hering brauchen wir. Bienenstock, stationäre Anker. Warum steht da null von... Es gibt sowas wie ein Trinkwasserfass, oder? Ja, das sollten wir auch mal bauen demnächst. Ich habe eine rohe Sebrasse und einen rohen Hering. Hier und hier. So, reicht das? Ja, das reicht. Ja, es gibt einen Fass. So, dann gibt es einen Haiköder. Dann können wir das Fass mal bauen. Ich glaube, ich habe einen, ich nicht nur. Wie funktioniert das? Werfe ich den jetzt einfach ins Wasser? Ich glaube, du musst den vorher auf dem Boot platzieren oder so. Achso, einen Haiköder, ja. Dann wirfst du einfach ins Wasser. Okay, ich habe mich ins Wasser geworfen. Jetzt kommt der Hai. Schnell tauchen. So. Wo ist hier Eisen? Der ist tot! Wir haben ihn getötet! Ja! Oh, nice. Ich loote ihn schon. Ja, auch. Heikopf, rot, reißleisch. Jetzt kommen wir mit Unterwasser looten. Unterwasser auch looten. Da ist überall Metall. Da müsst ihr mit euren Haken draufhauen. Okay. Ich komme. Müsst aber auch mit dem Sauerstoff draufpassen. Steine und Metall kann man hier draufhauen. Das ist ein Haken. Oder? Mit dem Haken, genau. Ah, sehr gut. Schrott habe ich jetzt. Oh ja, Sauerstoff sehe ich da oben. Mhm. Wie lange dauert das jetzt wohl, bis der nächste Hai spawnt? Stimmt ein bisschen, ne? Wir haben jetzt erfahren. Ich würde sagen, wenn er kommt, dann weißt du, dass der jetzt gekommen ist. Ich wohne auch noch was. Fuck, mein Haken ist kaputt. Die Vögel. Ich glaube, da ist noch ein halb kaputter Haken im... Oh Mann, nee. Da war ein Vogel. Einer muss auf dem Floß bleiben. Der Vogel hat jetzt unsere Ernte geplündert. Oh nein. Komplett. Das ist halb so wild. Das ist halb so wild. Das hat nicht alles genommen. Da ist Vogel. Ja, der Haiköder treibt hier noch. Ah, der Haiköder ist halt jetzt auch noch da, ne? Der ist noch nicht verbraucht. Nice. So. Wie weit unten kann ein Loot sein? Ich glaube, man braucht eine Taucherflasche. Achso, das ist der Anker. Loll. Man braucht, glaube ich... Wir brauchen, glaube ich... Ich erinnere mich, glaube ich, an Flossen. Dann kann man tiefer tauchen. Oh, geil. Also wir kommen noch nicht runter zu dem... Es gibt so eine Schnorchelausrüstung auch. Alter, ich habe fast das Mikro aus der Halterung geprügelt, wäre ich gerade. Weil du so aufgeregt bist. Nee, einfach aus Versehen. Ey, was ist das denn? Ach, das bist du. Ich denke gerade, wer klaut mir denn da die Rohstoffe? Was ist das denn? So, wir sind jetzt auch einmal rum. Das heißt, wir haben das, was wir bekommen können, nochmal abgelootet. Ich müsste ganz dringend mit hingehen. Ich würde mich mal aufs Floß stellen, ganz kurz so halb AFK. Beziehungsweise voll AFK. Ja, ich sammle noch ein bisschen weiter hier. Solange der Haar eigentlich da ist, würde ich... Ich glaube, wir haben leer gesammelt, Gino. Hier sind noch Steine und Schrott und so. Achso, ja, ja, dann hol, dann hol, dann hol, dann hol. So, habe ich hier für was? Nee, ne? Das ist schon ganz nice hier. Keine Planken mehr. So, kurz AFK. Ich glaube, ich baue da noch kein Eisenhagen. Stein und Schrott ist hier auf jeden Fall noch. Zack. Ist hier noch was? Boah, schönen Planken haben wir jetzt. Ja? Sehr gut. Ja, ich habe ja die Bäume gestellt. Super wertvoll, ey. Sand und Ton müsste man auch unter Wasser finden. Aber ich glaube, da kann man noch nicht ran. Also, hier unten vielleicht, aber ich glaube, da reicht der Sauerstoff nicht. Ich glaube, man muss schon ziemlich tief. Guck mal, ob wir schon irgendwas an Taucherausrüstung haben. Warum ist Ausstattung leer? Da muss man irgendwas finden. Was ist hier so los eigentlich? Was ist mit Erz und so? Haben wir Erz? Ja, ich habe Metallerz gefunden. Aber ich weiß nicht, wie man das verarbeitet. Ja, da kann man... Ich habe beim Forschungstisch gesehen, da gibt es so einen Brennofen. Kann man das Zweite verarbeiten. Ey! Hai! Ein weiterer Hai ist da. Oh, ja, ja, ja. Hier ist ein neuer Hai. Gino muss wieder an Bord. Ja, ich komme wieder. Oh! Oh! Was? Haben wir Essen da? Ja, hier, ne? Bienenstock. Gartehai. Oh, stationäre Anker. Brauchen wir Metallbarren für. Und ne Schmelze, ja. Der Hai, der Hai, der Hai? Ja. Wo ist der denn? Achso, der war ein Hai-Köder. Der war ein Hai-Köder, achso. Kannst du das aufnehmen, dein Köder? Äh, ich guck mal. Ne. Okay. Komm, Musik, die ist von Yannick. Kommt bei mir gerade. Geil. Können wir den jetzt nochmal umbringen? Ja, guck mal. Das wäre geil. Kann immer nur einmal hacken. So, das ist das Hai. Was ist das Hai? Komm, ist das eine Klamotte? Wie machen wir denn Sieg? Guck mal, Niklas, wie ich aussehe. Hä? Ah, geil. Jetzt haben Leute Angst vor mir. Das ist ja geil. Trockenziegel. Hallo, Freunde. Hallo. Ton haben wir. Ich habe Ton. Wir haben Ton? Ja. Das ist Vogel, was macht ihr denn? Sand und Ton. Wir brauchen Sand und Ton. Ja, Ton habe ich ins Inventar gelegt. Wie kriegen wir denn Sand? Guck mal, Hauke, wie ich aussehe. Alter. Also, ich habe natürlich den Hai getötet, ne? Ja, na klar. Jungs, wie kriegen wir Sand wohl? Es muss doch hier Sand geben. Der Hai ist auf dem Sand. Alter. Nein, nein, der greift uns nicht an. Der ist am Köder. Der ist nur den Köder. Wir töten den aber nochmal. Unterwasser, kleine helle Haufen. Gibt es die hier schon? Ich gucke mal. Das letzte Mal haben wir die gefunden. Du musst hier Sand sein. Aber wieso lasst der mich denn jetzt an, du mieses Stück? Oh, Mann. Der muss am Köder naschen, sonst kann ich nicht tauchen. Ja, ja. Lass den mal bitte gleich naschen, wenn er wiederkommt. Das Problem ist, ich habe kein Holz mehr. Ich habe gar keine Werkzeuge mehr und so. Guck mal, die Truhe. Welche ist 20? Wie kann ich denn die Hälfte nehmen? Wie kann ich denn die Hälfte nur nehmen und die andere Hälfte reinsetzen wieder? Man kann einen mit rausnehmen, mit Rechtsklick. Aber leider kann man nicht. Man kann nur einen nehmen. Ich lege jetzt 10 wieder rein, Hauke. So, Jungs. Ich glaube, wir haben die Insel leer. Es geht jetzt zum nächsten. Da ist er ein. Ja, ja. Ich würde gerne nochmal töten. Wie viele Hits braucht er ungefähr? Naja, wir wollen jetzt weiter. Das sind. Das Problem ist, unsere Wasserdinger laufen auch nicht mehr und so, weil mir halt überall fehlen mehr Rohstoffe. Ich habe hier übrigens so leckere Knabbereien. Oh. Umai. Umai. Major Umai. So. Nägel. Kann ich mal einmal in die Truhe? Alter, Gino, wohnst du in der Truhe? Ich habe nur alles sortiert. Ah, süß. Ja, ich brauche das Zeug, was du da sortierst. Hä? Du hast doch 10 rausgenommen. Ähm. So. Mach mal bitte aus den Blättern immer Seile, bevor er. Ich habe da nichts rausgenommen. Mach mal bitte aus den Blättern immer Seile, bevor er die in die Truhe packt. Ey, der Hai frisst hier unser Dings. Und ich kann nichts dagegen tun. Nee, der frisst unseren Köder. Ach so, immer noch. Okay. Kommi. Ich greife an. Wir fahren, ne? Wir fahren. Okay, ich komme. Hilfe. Gino. Gino. Ups, ich hätte vielleicht nicht meine ganzen Dinger verbrauchen sollen, was? So, haben wir was zu essen eigentlich? Ich habe Hunger. Trinken wir ruhig. Haben wir hier? Ja. Was zu essen? Ich brauche Plastik. Ein Plastik. Dann könnte ich mir wieder... Ja, ich habe Plastik hier. Ich habe übrigens auch Ton. Habe ich jetzt mal in die Kiste gepackt. Geil. Brauchen wir noch Sack. Da ist Hai auf dem Griff. Falls jemand essen möchte, dann liegt Hai. Ja, 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 ja. Gata Hai. Wow. Der ist ja episch. Ich habe Plastik in die Dings gelegt. Danke. So. Ich werde geschnappt. Ich wollte mal Dings hier bauen eigentlich. Ich kann mir nämlich einen neuen Haken mal bauen. Ich hatte nicht mal mehr einen beschissenen Haken. So, und jetzt brauche ich einen Speer. Ja, Hai! Ich glaube, wir werden angegriffen. Wo ist der schon wieder? Hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn. Kein Problem. Meine Fresse, ey. Kein Problem. Oh. So, ich brauche mir jetzt mal eine normale Axt. Vogel! Der frisst unser Beet. Ich kann nichts tun. Ah, hab ihn. Ich kann aber eine größere Axt machen. Wir brauchen wieder Zeug. Ich brauche aber einen Bolzen. Wir haben einen Bolzen. Nee, 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 nee. Benutzt da keinen Bolzen für. Das ist voll übertrieben. Wir haben noch nicht so viele Bolzen. Okay. Erst mal normale Werkzeuge weiterbauen. So, ja, boom. Wo geht die Strömung hin? Noch da? Ja, vor allem geht die Strömung hin jetzt noch da. Fahren wir mal mit der Strömung. Nee, Ankerkunde. Hä? Braucht frisches Wasser, Alter. Hier braucht alles Wasser. Gibt es irgendein besseres Gerät für Wasser? Womit forschen wir denn eigentlich? Es gibt einfache Reiniger. Der Vogel ist schon wieder. Ah, ab und ab. Wir forschen mit jedem neuen Item. Aber ich packe mal alles direkt rein. Also müsst ihr euch eigentlich nicht drum kümmern. Legt einfach alles, was Neues in die Truhe. Nun gucke ich, ob wir das schon hatten. Da sind wir wieder bei Sammelnetz. Planke, Seil und Nagel. Hängematte. Fortgeschrittenen Grill könnten wir. Brauchen wir aber Metallbarren. Ja, für Metallbarren brauchen wir Sand, damit wir Ziegel machen können. Und mit Ziegel forschen wir eine Schmelze. Und da können wir dann Metallherz... Aber wir können Pinsel, brauchen wir nicht? Lass mir nicht zu, ne? Ich habe den Plan auf jeden Fall. Komm, mein Herd. Wir brauchen irgendwie Sand jetzt. Wir machen gerade keine Fahrt. Eine Riesenmuschel, die habe ich hier noch drin gelassen, ne? Und Planken brauche ich noch ein paar. Sind hier noch welche? Ne. Wir brauchen so Standardmaterial. Davon brauchen wir richtig viel. Scheiße, hier ist aber keine Strömung. Können wir... Müssen wir das Segel immer neu platzieren? Oder... Ne, 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 ne. Finger weg vom Segel. Ne, man kann aber mit Air, kann man den drehen. Ja, weil ich den gerade in den Wind tue. Ich probiere gerade, wo wir irgendwie Fahrt bekommen. Lass den doch mal dahin tun, wo der Loot ist. Ja, das probiert doch gerade aus. Ist er doch an Thun dranne. Aber wer ist alles dabei? Niklas und Gino. Niklas ist an Thun dranne und Gino ist an Machenbad. Sei, Planke, Nagel. Könnte mir jemand einen großen Gefallen tun? Und neben den Wasserspender ein Teil mal setzen, damit nicht, wenn der Hai das frisst, unsere ganze Wasserversorgung weg ist. Ja, ich brauch nur zwei Planken dafür. Ja, toll. Der Hai hat irgendwas gegessen. Ja, mich. Ach, nicht so gut. Oh, der hat gar keine Fahrt. Links, Alter. Oh, da kommt viel. Was ist da? Links von uns. Okay. Da ist super viel Zeug. Okay. Nicht schon wieder. Oh, lecker. Geil. Kommt alles. Wie gehst du da hin? Das passt. Nee. Komm. Nee. Scheiße. Der Hai hinter dir. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gino. Ja, ich hab die Kiste. Zack. Ah. Oh, noch eine. Leute, ich glaub, wir brauchen einfach eine Million Netze. Wir müssen überall einmal durchfahren. Ja, deswegen. Das glaub ich nämlich auch. Dass wir einfach Unmengen Netze bauen sollten und uns einfach komplett durchfarben. Ja, deswegen brauchen wir so Grundmaterial einfach so viel. Und das Floß muss auch irgendwie ein bisschen... Vogel! Ich hab einen Vogel! Ver, du bist dich! Ich brauch halt wieder einen Speer. Ich kann die halt nicht töten. Wenn wir sie töten, geben die halt richtig viel Futter und Federn. Und Federn sind im Moment halt noch super rar. Kann dir sonst meinen Speer geben, Hauke? Mann, überbohrt. Mann, überbohrt. Dann hast du ja keinen. Ja, aber ich baue lieber diese Sammelnetze. Ich höre ein Hai irgendwo essen. Ich hab keinen Speer mehr. Ich hab keinen Speer mehr. Er hat's geklaut. Ich hab einen Speer. Verpiss dich. Er hat's geklaut. Was hat er geklaut? Ja, unser Floß. Oh, neue Speer. Er hat's geklaut. Was? Unser Floß. Der Vogel ist auch schon wieder da. Einfach auf ihn zurennen. Die alle auf K, oder was? So, ich baue jetzt ein Vogelnest. Was zum... Was ist das? Schwer. Holzspeer. Holzspeer. Plank. Oh. Planke, Seil und Nagel. Immer noch. Scheiße. Alter, man hat doch immer wieder die Basics direkt weg, ne? Ja, deswegen. Wir brauchen richtig viele. Wir brauchen einen Riesenfloß mit Netzen. Ja. Wir brauchen Planke, Seil und Nagel. Das ist das, was wir brauchen für die Netze. Das sieht gerade aus. Was? Wir brauchen Nägel fehlen uns, oder was? Planken, Seile und Nägel. Nägel machst du auch Schrott. Wenn da Schrott noch in der Kiste ist, kannst du einfach Nägel krachen. Okay, alles klar. Dann brauchen wir Planken und Seile. Okay, Seile. Hier sind schon mal vier. Und hier sind noch ordentlich Dingsis. Blätter kannst du auch von Seile machen, ne? Ich habe ja auch 20 Steine. Ich baue hier hinten mal ein Vogelnest hin. Bin mir nicht sicher, was das tut. Wenn da ein Vogel kommt, töten. Nicht verjagen. Mit einem Speer töten. Okay. Oh, Alter, hier kommen richtig viele. Alter, da ist richtig viel Zeug, ja. Oh Gott, sorry. Ich spring rein. Ich habe mich voll erschrocken gerade. Sola, vielen Dank für den Raid. Stefan hat es geradet. Ja, voll laut. Hier habe ich gerade mega erschrocken. Danke, Stefan. Oh Gott. Dein Fanghaken ist irgendwie super baggy. Alter, paddelt da gerade jemand? Ja. Töne mal auf, bitte. Du tötest mich gerade. Ich will zur Insel. Hör auf, dann doch eine Sekunde, damit wir nicht sterben. Ja, ich paddle doch nicht mehr. Ich wusste nicht, dass ein Mann über Bord ist. Alter, saugroßzügig von dir. Es hat niemand gerufen, Mann über Bord. Ich war ja nicht über Bord. Doch. Darf ich jetzt weiter paddeln? Ja. Okay. So, warte mal. Seile. Seil. Ein Seil und zwei Nägel. Du, Hauke. Kannst mir schnell noch einen Hering und eine Brasse wieder machen. Für einen Haiköder. Aber Niklas. Natürlich. Würde wir wieder geil looten können. Das heißt, ich kann jetzt. Ja, ich kann ein Sammelnetz bauen. Ich habe ein Sammelnetz gebaut. Wo soll das hin, Freunde? So wie es strategisch klug ist. Hier. Ja, wo noch keine sind. Was sind hier? Hier sind überhaupt noch keine. In der Ecke hier oder so. Ja, ja, da. Ich finde gut, dass du da hin zeigst, auch im Spiel. Ich habe einen rohen Buntbarsch gefangen. Wir sollten, glaube ich, vor Anker gehen mal, wenn wir hierbleiben möchten. Ja, ich mache mal einen Anker. Kann ich einen Anker? Ähm... Wurfanker. Für einen Stein. Haben wir Steine in der Kiste? Ich habe zwei... 20 Stück. Yes. Oh, Steine haben wir richtig gut. Ich habe ihn 20 Stück da reingelegt. Okay, ich Anker. Äh... Wieso geht das nicht? Ich will mal ehrlich sein. Ich hatte vorher auch 20 Stück da rausgenommen. Okay, sind wir anker. Ich höre einen Vogel! Weg, weg, weg! So, jetzt brauchen wir noch einen Haiköder. Ja, ja, ich bin gerade am Angeln dran. Okay, dann kümmert du dich mal drum. Ich habe beide Fische für dich. Du kannst auch selbst craften einfach. Die Fische sind das Wichtigste. Der ist bei... Ach so, liegt jetzt in der Arbeitskiste drin. Kannst du einfach bauen. Ich bin schon an Land. Du brauchst einfach zwei Seile und die beiden Fische. Und dann machst du einen Haiköder und wir sind einfach ins Wasser. Okay, Kumpel. Nice. Was ist eigentlich mit dem Bett hier? Das brauchen wir, wenn du stirbst. Hast du noch was? Okay. Was ist denn da oben? Was ist denn das? Haiköder haben wir ausgeworfen? Oder... Ich bin noch dran. Ich baue den noch. Okay. Dann würde ich gleich auch noch mal tauchen gehen. Genau, dann können wir gleich tauchen und auf jeden Fall Sand mitnehmen, wenn ihr was findet. Jo, ich habe einen Haiköder. Soll ich werfen? Jo. Ja, bitte. Aber nicht direkt unter das Floß, so wie Niklas eben. Nee, liegt hier. Leider fällt der wirklich stumpf runter. Also ich hätte wahrscheinlich ins Wasser springen sollen vorher. Egal. Lass den umbringen, den Hai. Nee, nee. Lass den mal im Köder, weil wenn ihr den runterhackt, dann greift er nach uns wieder an. Lass den mal einfach da rein. Hä? Aber danach ist der tot gewesen. Der war einfach weg. Voll lange sogar. Das ist viel besser, den zu töten. Ja. Das Problem ist... Ich habe jetzt angelegt. Also ich erkläre es dir mal, ja? Ich schwimme jetzt hier gerade im Wasser. Oh, ich habe mich angegriffen. Und wenn er jetzt nicht am Köder knabbert, dann kommt er zu mir als nächstes. Und nicht zum Haiköder. Der geht zum Köder jetzt. Oh, der geht zu mir, Herr Grafian. Ja, hörst du mir zu, was ich erzähle? Ich weiß nicht. Ja, weil der Köder, der ist weg, der Köder. Der ist weg? Warte, da ist er. Ich habe dir zugehört. Okay, ich bin gleich tot. Hilfe. Deswegen muss er erstmal am Köder knabbern, bevor wir reingehen. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Das war richtig dumm. Wo bist denn du? Wo bist du denn? Vorm Floß, unten, unter Wasser. Oh, jetzt kommt er zu mir. Hurensohn, hi! Hey! Hey! Hey, hey, hey! Das ist doch so. Oh Mann, der muss erstmal einen Köder irgendwie. Der Köder ist hier halt. Ja, ja, ich komme erstmal wieder an Bord. Ich komme erstmal wieder an Bord. Ich habe eine Riesenmuschel. Lass den erstmal einmal anbeißen, bevor wir jetzt ins Wasser gehen. Gino war komplett tot. Ich habe eine Riesenmuschel. Ich lege die mal hier rein. Ist der jetzt angebissen wieder? Nee. Äh, da ist hier der. Nee, da ist noch niemand dran. Jetzt. Okay, jetzt tauchen. Schnell alles weglooten. Sand. Oh Mann, neun Minuten sind wir schnell. Das ist, glaube ich, Sand, oder? Man kann auch Schrotthaken herstellen, ne? Übrigens. Mhm. Kostet aber ein Scharnier. Da haben wir eine super viel Schrott für. Ja. Okay, ich tauche. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Sand. Ist gut. Kommen wir jetzt etwa an. Wie sieht Sand aus? Ich habe Palmsamen. Ich kann jetzt selber einen Baum anpflanzen. Sand ist einfach so ein kleines gelbes Häufchen, oder was? Ja. Okay, aber noch nicht gesehen. Aber hier ist richtig viel Zeug. Unter Wasser. Mango, 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 Mango. Der Strand ist komplett voll bis oben hin. Da kann man nicht so lange tauchen. Er ist immer noch am Köder. Ich angel einfach mal. Oh, der Köder ist weg. Der Köder ist weg. Wo seid ihr? Da. Ich bin hier, aber ich kann nichts mehr machen. Er greift mich an, er greift mich an. Ja, ja, ja. Zack, okay. Okay, wenn der Köder weg ist, dann GG. Der kommt zu mir. Mein Angel ist kaputt. Oh, da ist er schon wieder. Ich habe keinen Angel mehr. Okay, wir haben aber, glaube ich, erstmal genug. Oh, ich komme an Bord. Hoffentlich überlebe ich. Ich hoffe, wir haben genug Sand. Zum Forschen. Please. Schwein. Okay, so. Okay, so, dann geht es weiter. Ich hole mal den Anker hoch. Dann geht es weiter. Sehr gut. Und dann suchen wir die nächste Insel. So, ich forsche mal mit dem Sand. Vogelnest bringt irgendwie noch gar nichts. Da muss ich später mal rausfinden, was das macht. So, kann ich jetzt... Kann ich die Palmsamen hier reinsetzen? Nee, die müssen das große Beet wahrscheinlich. Aber ich kann mal die Wassermelonsamen da reinknallen. Was ist eigentlich mit den Bambus hier? Kann man das ja abgrasen oder so? Hä? Was war das? Ah! Wir haben Federn bekommen. Der Vogel war im Nest. Ich glaube, man muss das irgendwo hinbauen, wo wir ihn nicht stören. Wir haben... Auf die Insel. Sehr guter Plan, Gino. Du bist ein verficktes Genie. Siegel auf dem Flussplatz hier. So, die müssen jetzt trocknen. Okay, wir haben auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall den nächsten Schritt. Wäre ganz geil, wenn wir unsere Lebensmittelversorgung mal ein bisschen hochfahren könnten. Wäre halt ganz sexy. Ja, man muss so viel essen und trinken. Das ist so krass. Ja, es ist wirklich komplett ein Job für eine Person die ganze Zeit. Wir brauchen echt... Wir müssen so ein Next Level erreichen jetzt mal langsam. Ausstattung. Die müssen wir erforschen, die Ausstattung. So, ich sorg mal dafür, dass wir weiterfahren. Angel, Routen. Hai, Köder. Schwierig. Schwierige Geschichte. Schwierige Geschichte. Dass wir halt immer konstant zu wenig Planken haben, nervt auch mega, ey. Ich baue mal das eine Netz in die andere Richtung. Der Hai, macht unseren Sammler kaputt. Da werden das Säge schon wieder gedreht. Das müssen wir aber dringend reparieren jetzt. Ich habe keine Planken, um das zu reparieren. Ich habe elf. Ich packe die Kiste. Das hier mal reparieren dringend bei mir. Elf in die Kiste habe ich gepackt. Ich habe noch keinen Hammer. Okay, nehme ich. Nehme ich, nehme ich. Ich müsste mal was trinken. Das ist hier mit. Wir brauchen noch ein paar Planken für das Essen, Niklas, falls du noch hast. Ich habe alle Planken, die ich habe, habe ich erst mal. Okay. Ah, hier haben wir noch einen. Essen kocht. Musik. Was sind denn das hier für Dinger? Was sind das? Ach, Ziegel, die trocknen da gerade, oder was? Ja, 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 lass die mal liegen. Ich kümmere mich um die Ziegel. Ach, cool. Ich kann damit eh nichts machen. Das war jetzt nur... Okay, okay. Ich war nur neugierig. Okay, okay, okay. Das ist nämlich der nächste Schritt, die Ziegel. So, jetzt sind wir wieder frei, ne? Ja. Wir haben jetzt auf jeder Seite so ein Netz. Wir brauchen mal viel, viel mehr. Wir müssen auch breiter werden, auf jeden Fall. Ja, breiter werden. Wir brauchen halt deutlich mehr Planken einfach, ey. Man, ich verhungere halt die ganze Zeit halb. Was? Wo sind denn die Ziegel? Ja, dann nimm du das, äh... Ach, ich habe hier übrigens eine Million Früchte, ich deb. Wo, äh, da. Sind die fertig? Ja, das brauche ich ja nicht. Klick sie hier rein. Jetzt sind die fertig hier? Guck mal. Ich glaube, wenn die fertig sind, steht da einfach nur aufheben. Okay, okay, okay. Okay, so, wo wollen wir als nächstes hin? Noch sehen wir nix. Wir sollten, glaube ich, mal einmal ein bisschen Energie investieren in den Ausbau dieses Floßes. Und dann so, dass wir auch mal ne umorganisieren. Also alles war so ein bisschen sinnvoll. Dass ich halt zum Beispiel eine Ecke habe, wo alle Pflanzen sind. Da kann man die auch leichter beschützen. Da kommt die Küche daneben und so. Das ist nicht so ein Chaos. Wir brauchen einfach so 100 Planken. Jeder sollte mal so viele Planken wie möglich jetzt mal sammeln. Weil sonst können wir auch nicht ausbauen. Sobald die leer sind, baue ich die dann um. Also ich warte jetzt mal, bis fertig gewachsen ist und dann baue ich einmal um. Vogel. Ich sammle jetzt einfach nur noch Planken die ganze Zeit. Ist er tot? Yes, Vogeltot. Nice. Schön, Hähnchenkeule. Drecks. Ja, beim Federn bringt es super viel Federn. Boom. Planken. Oh, das ist die nächste Insel. Hier noch was drin. Schön, jawoll. Steuere die nächste Insel an. Wenn ihr trinken müsst, dann ist ein guter Zeitpunkt jetzt, ne? Weil wir haben... Okay, ich trinke. Mach ich gerne. Mach ich auch gerne einmal. Ups. Füll nach. Oder heil. Sag. Aua. Ich sag, wir haben auch keine Planken in dem einen Feuer mehr. Ich habe gerade 10 wieder am Start. Oh, Gino. Ja? Dann stimm ich mal rumkümmern, dass wir auch ein Wimpel-Eingwommen-Segel haben. Und dann sehen wir die Windrichtung. Ah, ja. Ich gucke mal. Wimpel. Komm, ein Vogel. Seil und Nägel. Okay, ja. Können wir gleich machen. Cool. So, hier einmal luden. Oh, da sind auf jeden Fall Kisten. Ja. Fässer. Ne, Fässer oder sowas. Alles mitnehmen. Okay, geht direkt hier rein. Boah, schön, dieser lila Sonnenuntergang. Schaut mal. Schön. Genieß mal einmal kurz den Sonnenuntergang. Schön. Okay. Oh, ist wirklich schön. Oh ja. Shit. Schöner Geflügel. Geflügelkeule hier. So, was sagen denn die Zwiebel überhaupt? Und... Seil. Trockenziegel. Hatten wir nicht noch Nägel hier? Dachte ich... Nee, keine Nägel. Ähm... Ein bisschen repariert, aber wieder die Planken sind ausgegangen. Das ist eine Insel. Ja. Braucht zwei Planken für den Anker. Haben wir die gerade? Nee, ne? Ja. Dann haben wir... Packst mal in die Küste. Ja. Zwei, brauchst du? Mhm. Okay, hier gibt's wieder keine... Kein Loot mehr. Nägel. Ey! So, wahrscheinlich aber besser auf der anderen Seite von der Insel. Oh, ich muss auf... Dringend was essen, haben wir was essen können? Ja, in der Truhe ist Essen. Das nimmt noch nie jemand. Da sind schon neun Ananasen drin. Oh, geil! Nägel kann ich auch Schrott selbst machen. Okay, das ist gut. Nägel hab ich auch relativ viele gerade. Kannst gerne in die Kiste legen. Da mach ich einen Wimpel. Alter. Was ist mit dem Anker? Jungs, wir brauchen richtig viel Sand jetzt als nächstes. Äh, noch nicht ankern, noch nicht ankern. Wir treiben weiter, ne? Ja. Ja, ja. Wir wollen... Wir wollen... Äh, ich hab keine... Ja, doch. Ich hab kein Paddel mehr. Wir müssen jetzt ankern. So, es wird jetzt hier geankert. Auch wenn's nicht optimal ist. Ich denke, irgendwas macht Niklas. Wir sind geankert. So, ich geh in Land und versuch mal Planken zu fahren. Bauen wir mal ein paar Nägel jetzt. Oh, der scheiß Hai jetzt schon wieder. Ähm, ich hab keine Angel gerade, leider. Das hier brauche ich nicht. Kannst du dich um eine Angel irgendwie kümmern? Weil wir müssten nochmal Sand holen vom Boden. Ja, ich brauch sechs Planken. Okay, ich farm gerade Planken an Land. Und ich hab eine Mango gefunden. Das sind Mangobäume anscheinend. Warte mal, wachsen Mangosamenbäume? Ja, bei den großen Beeten können wir Bäume anpflanzen. Wo baut man denn Wimpel hin? Naja, komm, wir gleich mal. Einfach neben irgendwo, dass man ihn halt sieht, ne? Ich dachte, es kommt auch drin. Okay. Wir sollten einfach mal ein zweites Stockwerk aufbauen. Da fehlt halt Holz. Wo, wo, wo? Äh! Hab ich's erwischt? Ja, aber ist nicht tot. Jungs, wie ist das denn bei euch? Ich krieg gerade real life so ein bisschen Hunger. Ich würd gleich irgendwann in den nächsten Jahren auch eine Pause machen. Ja, dann würde ich halt aufhören für heute. Bei mir ist natürlich jetzt auch schon so gegen elf. Elf ist bei dir. Es ist jetzt zehn. Drei. Ja. Ja, lass nächste Woche weiterspielen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin safe dabei. Ich hab auch Bock, es macht voll Bock. Ich würd nächste Woche Ziel setzen, zweite Etage drauf und mal ein bisschen die Infrastruktur unseres Floßes verbessern. Wollen wir in der nächsten Woche vielleicht schon um zwölf anfangen? Können wir machen. Können wir drei Stunden ballern. Na klar. Okay. Finde ich gut. Kann man dann hier direkt so abspeichern? Oder wie ist die... Kann die Welt speichern, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ich glaub schon. So, ich pack nochmal alles, was ich jetzt gelootet habe, in die Kiste rein. Zino hat ein Hai. Ah! Zino stirbt. Nee, stimmt mal nicht. Nein, nein. Die Frage ist, ob ihr euer Gear behaltet. Packt man am besten mal alles in die Kiste, wenn ich die Welt speichere. Klar behalten wir uns. Hä, meinst du nicht, dass es behalten ist? Ja, aber ich speichere, glaube ich, nicht euch. So. Können wir das selbst speichern? Ähm, weiß das jemand im Chat? Also, es müsste doch sein, wenn du die Welt speicherst. Ich kann jetzt Welt speichern. War bei euch auch was? Nee. Welt gespeichert. Doch, Funds können alles behalten. Okay. Wir behalten das, bin ich mir auch relativ sicher. Bleibt in eurem Inventar. Okay. Dann ist jetzt gespeichert. Krass, wenn wir das jetzt alles verlieren würden. Ich bin rausgegangen. Okay, dann raus. Okay, gut. Wenn wir gespeichert haben, dann. Geil. Dann können wir nächste Woche noch eine Session machen. Boah, das hat richtig Bock gemacht, Jungs. Ja, das macht Bock. Das ist doch super. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr eigentlich auch ein bisschen heiß auf For the King? Habt ihr euch das mal angesehen? Das habe ich gesehen, ja. Meinst du, das ist gut? Ich habe das schon mal angespielt. Das hat mega Bock gemacht, auf jeden Fall. Guck doch mal. For the King. Gibt es auch GOG, ne? Das ist halt zu dritt. Oh, das ist dritt. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Ja, es ist so ein bisschen wie Final Fantasy Crystal Chronicles. Nee, das ist so Hammergeil. Das ist so Dungeons & Dragons mäßig. Das ist Final Fantasy Crystal Chronicles. Boah, das sieht Hammergeil aus. Gibt es gerade für 7,99 auf GOG, also. Das ist Dungeons & Dragons mäßig. Man spielt zu dritt. Alter, da würde ich jetzt ja noch eine Stunde reingucken. Hier vorne. Genau, mit Andi habe ich das einmal angezockt. Aber Andi mochte das nicht. Das sieht Hammergeil aus. Hätte ich Bock drauf. Okay. Und das ist zu dritt und jeder hat eine andere Klasse wahrscheinlich. Genau, jeder hat eine eigene Figur. Und man erlebt zusammen Abenteuer. Oh, geil. Das ist auch ziemlich nice. Das hoffe ich richtig gut. Ach so, mit Weltkauf. Okay, das ist ja cool. Und lass mal irgendwie zu dritt auch ein WhatsApp-Chat zu dritt. Cover New Weapons, Ammo und Loot. Ja, ey, auf jeden Fall. Lass uns das. Haben wir doch noch einen anderen Tag außer Sonntag, wo wir zu dritt zocken können? Oder eher nicht? Ja, ich fange halt immer um 16 Uhr an. Fange später an. Verstehe, ja. Also wir könnten halt immer so sondermäßig was machen, aber Sonntag ist der beste Tag aktuell. Ja, ja, okay. Okay, wir können nächsten Sonntag können wir auf jeden Fall eine Stunde eher und dann auch eine Stunde länger machen von mir aus. Und bereiten wir uns alle vor, dass wir wissen, vier Stunden. Ja, ist doch super. Vier Stunden zocken ist doch super. Dann lass uns doch vielleicht, wollen wir dann zwei Stunden Raft, zwei Stunden das mal probieren? Wir meinen auch alle, das Spiel sei mega, mega gut. Ich finde, drei Stunden ist schon eine ganz gute Länge. Finde ich so persönlich. Ja, wir können ja auch einfach drei Stunden spielen, wenn wir keine Lust mehr haben, aber keine Lust mehr. Ja, okay. Und wenn nicht, dann spielen wir noch eine Stunde weiter. Ja. Aber dann lass erst mal Raft weiter, ne? Und dann gucken wir uns irgendwann mal For the King nochmal an. Ja. Ich glaube, Raft kann man auch durchspielen tatsächlich. Oder zuerst For the King und dann Raft. Ja, lass zuerst For the King angucken, weil wenn das nichts ist, können wir lieber nochmal Raft spielen. Wenn das geil ist, dann fuck it, dann das. Ja, stimmt. Das Ding ist gerade, ich merke bei Raft, jetzt sind wir gerade reingekommen und es ist mir auch alles wieder so ein bisschen eingefallen. Sekunde. Das hat man nämlich schon alles, also ich habe das schon alles gespielt gerade, deswegen. Achso, du hast es schon. Ja. Das Ding ist, es gibt einen zweiten Teil von der Story, aber man muss erst den ersten Teil jetzt komplett durchspielen dafür. Das dauert noch ordentlich. Aber können wir ja dann nochmal beschnacken. Ja. Okay, geil. Also wenn du meinst, das ist langweilig und das... Ne, ist nicht super langweilig, aber ich merke gerade so, ich hätte gerade was Frisches mit euch auch, wisst ihr? Okay. Ich fände das auch gut, was Frisches zu spielen. Wäre ich voll für For The King. Sieht hammergeil. Und For The King haben wir alle... Das hat jetzt gesagt, das ist super geil. Und das haben wir alle noch nicht gespielt, richtig? For The King? Ich habe es angespielt. Angespielt, okay. Bei einer Lahn mit Andi. Okay. Ja, ist doch super. Bin ich gut. Geil. Okay, geil. Jungs. Jungs. Okidoki. Sehr schön, Jungs. Dann habt's gut, Freundchen. Habt einen schönen Sonntag. Ja. Tschüss. Ciao. Hauke, jetzt gerade ist Sonntag noch, ne? Und dann ist gleich schon Sonntag. Ja, gleich schon Montag bei dir. Jetzt gleich ist Montag. Okay, cool. Genau, das ist in Japan auch so. Sonntag, dann kommt Montag. Ja. Waren wir nicht ganz sicher. Weil die schreiben ja auch von rechts nach links, oder nicht? Ja, ne, heißt auch alles anders. Da ist Nichi-Yobi und dann kommt Getsu-Yobi. Hier, Hauke, ich wollte mal was fragen, ne? Ich lese ja gerade einen japanischen Autor. Haruki Murakami. Kennst du den? Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Murakami. Natürlich, glaube ich, der berühmtesteste japanische Autor. Ist der in Japan auch berühmt, oder ist der? Der ist sauberühmt hier. Okay. Weil ich habe gedacht, beim Lesen, das könnte auch was sein, was nur so quasi so Export ist. Nee, der ist hier schon auch super berühmt. Okay. Weil von dem inhaliere ich gerade alles. Den habe ich irgendwie gefunden. Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Unglaublich guter Autor. Riesenempfehlung. Also, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, irgendwas von dem meine Hand gehabt zu haben, was ich wirklich nicht gut fand. Ja, doch, wirklich alles gut. Die Debüt-Sachen fand ich nicht so gut. Ah, okay. Da hat er irgendwie, ja, also nicht so richtig gut. Aber dann steil bergauf. So, ja. Okay, wollte ich nur fragen. Cool. Okay, gut. Dann eine schöne Woche. Und bis nächste Woche, Jungs. Tschüss, Jungs. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.